Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Nerd Talk und mit dabei ist Andi. Schönen guten Tag dir. Hallo. Hallo. Und Micha ist auch mit dabei. Gesickert. Hallo. Na. Hi. Hallo. Ja, es ist eine besondere Sendung, die wir vor uns heute herschieben, denn es ist wahrscheinlich die am spontansten entstandene Sendung, die wir je gemacht haben. Wir hatten einfach so sehr Bock auf euch. Ja, ja, ja. Ganz genau. Wir waren gerade so. Sonst dachten, komm, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr warten. Ja, wir sind so im Flow gewesen, haben gerade eine Top 5 live für euch aufgenommen. Live, genau. Live für euch. In Zukunft werden aufgenommen haben. Genau. Und wir waren so im Flow, dass wir gesagt haben, komm, jetzt. Wir haben noch Rede, wir haben noch Redebedarf, dann zack, gleich eine Sendung Nerd Talk da hinterher. Genau. Boom. So. Was war das, was war das wieder intensiv? Was, ja, oh, oh. Was wird das wieder intensiv gewesen sein? Oh, ja. Ja, ja. Nicht, also vielleicht werden sich Andi und Micha durchaus gestritten haben werden. Man weiß es nicht. Möglich ist es geworden, Wesen sein, ja. Glaube ich nicht. Niemals. Nee, passiert ja selten. Wir meinen doch nicht. Ja, nee, ein Herz und eine Seele. Absolut. Feuer und Wasser streiten doch nicht. Ja, richtig. Ja, von daher, wir haben einfach auch quasi nur einfach auf den Aufnahmebutton geklickt. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein paar Inhalte, so ist es nicht. Also es wird nicht komplett konzeptlos, aber ja, es wird konzeptlos. Nicht mehr als ihr ohnehin von uns gewohnt seid. Ja, ganz genau. Ja. Ja, was macht man jetzt hier so? Ja, du weißt ja nicht. Also ich möchte auch kurz nochmal diese Katze aus dem Sack lassen. Was, die Katze aus dem Sack? Die Katze aus dem Sack, ja. Ach so, die Katze. Ich habe jetzt Katze, also ich habe jetzt echt irgendwie so die Katze, die Film-Katz. Warte, Micha will sich am Sack kratzen. Ach, die Katze. Ah ja, okay, verstehe. So wie Final Cut. Ja, ja, ganz genau. Die Final Cut. Die Katze aus dem Sack lassen. Nee, die Katze. Ja, die Katze. Ja, wir haben kurz die Katze aus dem Sack lassen. Die Katzen. Ähm, nee, PlayStation 5, ne? Ja. Ich habe ja schon ein bisschen geteasert bei uns auf Twitter-Handle. Ne, ich habe ja meine PlayStation 5 bekommen und alles und überhaupt. Und an dieser Stelle sollte die Review kommen. Aber, äh, ich habe die zu meinen Eltern nach Hause liefern lassen, weil Mediamarkt nicht... Was bist du denn für ein Muttersöhnchen, ey? Ja, genau. Und ich wollte, dass Mutti erst mal GTA vorzockt. Ja, genau. Schon mal die Kontrolle ein bisschen einlösen. Ähm, nee, Mediamarkt, Mediamarkt liefert nicht in die Niederlande. Oh. Und da dachte ich mir, äh, ich wollte jetzt nicht über irgendeine niederländische Seite irgendwie bestellen. Und BOL, was so das niederländische Amazon ist, hatte sie nicht irgendwie. Und da dachte ich mir, hm, okay, komisch. Und jetzt Niederlande, Mediamarkt habe ich jetzt gar nicht geguckt. Habe dann eine Vorbestellung eben bei Mediamarkt in Deutschland hinterlegt. Aber, wie gesagt, kein Versand ins Ausland. Und deswegen liegt sie jetzt bei meinen Eltern. Und das würde jetzt wahrscheinlich bis irgendwie die Wochen vor Weihnachten dauern, bis ich dann endlich in den Genuss komme, da loszuzocken. Ist natürlich, äh, nicht ganz geil. Aber Verzögerungsgenuss darf auch nicht unterschätzt werden. Na. Ja, also, was soll man, ja. Die Vorfreude ist die schlimmste Freude. Vorfreude ist die schlimmste Freude. So. Ja. So, genau. Deswegen, ja, die In-Depth-Besprechung der PS5 kommt bestimmt. Nachdem ihr sie überall anders schon gehört habt. In-Depth. Ja. In-Depth. In-Depth. Ja. Okay. Super, da freue ich mich. In-Depth. Ja. Ja, kriegste. Ich möchte dann ... Vor Weihnachten, schwöre ich euch. Ja, ja, ja. Wir nageln dich drauf fest. Machst du dann noch so ein tolles, ähm ... Unboxing-Video? Unboxing-Video. Könnte ich mal machen, ne? Ja, machen wir. Ich habe eigentlich noch nie ein Unboxing gemacht. Können wir mal. Wenn dein Unboxing genauso ästhetisch ist wie deine Videos aus ... Wo war das? Kreta? Kreta, ja. Dann ... Dann, da könnte auch was gefasst sein. Eigentlich, nee, wo ich mich reinlehne mit Unboxing-Videos, wenn, ist eher Trash-Ästhetik. Also bewusst scheiße dann. Und mir fällt übrigens gerade ein, weil du es gerade gesagt hast, oder weil ich es auch gerade gesagt habe, ich habe noch nie ein Unboxing-Video gemacht. Stimmt nicht. Ich habe schon mal ein Unboxing-Video gemacht. Von deinem iPhone 3GS. Nee, noch geiler. Nämlich auch volle Pulle-Trash-Ästhetik und so. Als ich das letzte Mal oder das vorletzte Mal in Los Angeles war, gab es bei KFC einen Burger mit Cheetos drauf. Burger-Unboxing. Oh, wie arm. Burger-Unboxing habe ich gemacht, habe mir diesen Burger geholt und mit der Kamera fett draufgehalten, wie ich diesen Burger aus der Packung hole. Und dann so, ja, hier, guck mal, hier sind die Cheetos, da ist die Soße, die sieht aus wie radioaktive Lava. Ja, dann probiere ich den jetzt mal. Und alle anderen Besucher, what's that German Spuck? Ja, genau, ja. Spack. He's filming this Burger. He's weird. Ja, du, als ob in Los Angeles Leute nicht alles für Fame tun würden. Also, ich glaube, da haben sie schon ganz andere Sachen gesehen. Tatsächlich war ich aber nur gerade in dem Moment mit meiner Beleitung im KFC. Also, außer den Bediensteten oder Angestellten da, nicht Bediensteten, Angestellten war, ja, ich in meinem Elfenbeinturm hier wieder. Außer den Angestellten war niemand da, ja, der das hätte sehen können. Aber ein Millionenpublikum auf Instagram. Ja, also, von daher bin ich umso eher gespannt, wie du gründet, die PlayStation, die ja quasi auch in Himmel gehypt wird von Performance und, na ja, zumindest ansatzweise Ästhetik, dann es sehr mit gutem Auge schaffst, in ein Trash-Unboxing zu pressen. Ja, ich bin auch äußerst gespannt, ja. Und Ästhetik, also ja, sehr zweifelsfrei tatsächlich. Ich hab gestern Abend schon geschaut, ob es bei Amazon oder Ebay oder so ... Ein Case dafür gibt's, so Skins. Ja, genau, so Paneele, diese Seitenpaneele, die man da austauschen kann. Diese weißen Paneele mal gegen was austauschen. Ah, ich dachte so, diese Aufkleber, die man auch so auf Konsolen ... Das gibt's ja so, dass du so ... Ja, das kann man ... Und dann kaufst du dir so Anime-Skins oder so etwas. Irgendwie so Fantasy-Welten und dann so ein Anime-Girl, wie es so mit den zwei Dutz dort oben am Kopf da durch die Gegend fliegt oder so was. Genau so sieht Micha aus. Genau, das ist genau sein Ding, ey. Ästhetik, so, ne? Ja, genau, ja, das ist ... Echt. Ja, wirklich, Phil, ey, das ist als ob du dich nicht kennst, ey. Ja, wirklich. Du, wenn wir Freunde wären, dann würdest du mir den Scheiß gar nicht vorschlagen. Ja, Willi von Biene Maya. Ganz groß. 20 mal 15 Zentimeter. Ja, genau. Nee, nee, also Aufkleber kommen wir nicht ins Haus, wenn dann richtig. Und wenn ein Zuhörer irgendwo eine geile Quelle findet und vielleicht auch selber sich schon was bestellt hat. Was ich gerne hätte, ich würde gerne diese Seitenpaneele, diese weißen, weil die kann man ja abmachen. Das hat Sony ja in seinem Teardown-Video auch gezeigt. Ich möchte die gerne austauschen gegen Holzpaneele. Ich möchte die aus Holz, ja. Ich möchte, ja, genau. Ich möchte so eine richtig ... Oh, so Margonie. Nicht so Billo, richtig ... Ja, ja, genau. Schön Margonie-Holz. Und dann erst mal schön Öl. Ja, genau. Ja, wirklich. Erst mal schön. Wie so ein Yacht-Deck. So Klavierlack. Wie so mit Klavierlack verhedelt. Schiffspakett. Jawohl. Wirklich, wirklich. Fischgerät-Pakett. Nee, wie geil wäre das denn? Genau, wie in so einem 7er-BMW. So, boah. Ja, voll geil. Nee, zum Spiel benutze ich die nicht. Ich gucke die nur an. Ich finde, das reicht. Ja, 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 wirklich. Nee, aber wirklich so Klavierlack. Nee, ohne Scheiß. Wenn ich so ... Boah. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich bestelle ... Ja, wirklich. Also, wenn ein Zuhörer so einen geilen Zugang hat zu so Holzpanelen, so, bitte Bescheid geben. Und ich glaube, ich mache das dann, dass ich mir dann so Lack hole und die dann so siebenfach überlackiere. Dass sie richtig geil aussehen. Richtig mies. Eine richtig miese Playstation dann. Geil. Wood Edition. Ja, cool. Ich habe so Bock, äh, wirklich. Ich habe so Bock. Ich glaube, ich fahre morgen nicht abholen. Ich wollte gerade sagen, schade, dass du jetzt noch Monat wahren bist. Weil nicht auf Spielen, auf Style. Genau, genau. Erstmal, genau. Spielen dann erst an Weihnachten. Spielen kann ja Mutti, ne? GTA. Eben, genau. Genau. Ich habe die nur für die Ästhetik gekauft, ja. Ja, also, es bleibt spannend. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja. Wenn ihr da Infos oder Tipps habt, einfach ... in die Kommentare schreiben. Oder wenn das ein absoluter Geheimtipp ist, einfach an michael.nerdtalk.de eine Mail senden. Und dann wird alles gut. Aber das sagst du immer so, aber kriege ich die dann auch? Ja, tatsächlich. Ehrlich? Du hast eine Mailadresse. Also, streng genommen nur eine Weiterleitung. Das muss ich schon mal ausprobieren. Streng genommen nur eine Weiterleitung. Aber, ja, du hast michael.nerdtalk.de. Es gab ja ganz, ganz früher auch die Zeiten, wo Andi und Lars und ich zu dritt noch Podcasts aufgenommen haben. Und wir dann auch so sagten, ja, schickt uns ... Das ist ja ganz anders als jetzt. Schickt uns eine E-Mail an andi-phil-oder-las-at-nerdtalk.de. Und es gibt tatsächlich die Mailadresse phil-andi-oder-las-at-nerdtalk.de. Genauso gibt es eben auch die Mailadresse andi-las-oder-phil-at-nerdtalk.de. Weil wir uns dann so gedacht ... Gibt es auch Phil-Andi oder Lars? Ja, weil man dann so tatsächlich ... In einem Wort? Ja, ja. Weil wir uns so gesagt haben, vielleicht ist jemand so dumm ... Und nimmt das ernst und schickt da eine Mail hin. Und das wäre ja einfach zu göttlich. Würde das mehr tun. Ja, ja. Das erinnert so ein bisschen an RTL Now. Ja, ja, ganz genau. Das stimmt, ja. RTL Now. Ganz genau, wo es ja für die wenigen unwissenden RTL-nau.de gibt. Wobei, sowas gibt es ja auch beim Auto, ne? Der Ford Cougar zum Beispiel. Im Deutschen heißt er K-U-G-A und im Englischen Cougar. Da muss ich aber widersprechen. Du hast das schon mal erzählt und ich habe es danach gegoogelt, weil ich dich nicht in der Sendung bloßstellen wollte. Aber heute ist mir das egal. Jetzt stellen wir es bloß. Ja, genau. Nee, das sind nämlich zwei verschiedene Modelle. Ja, ich weiß. Ja, ja, genau. Also der heißt Cougar und der andere heißt Cougar. Aber die haben nichts miteinander zu tun, ne? Also das ist auch nicht so von wegen, für den europäischen Markt nennen wir die jetzt anders, sondern ja, es ist ein anderes Auto. Deswegen ist das so. Du machst halt die Glitzes auch noch, wo ich dann auch dachte, Alter, das haben sie doch jetzt nur so genannt, weil es die Deutschen wieder nicht vernünftig schreiben würden. Ich komme nicht drauf. Das ist andauernd so. Und dann machst du es mal und dann kommen so Sachen raus wie Dings hier. Ach, warte, was wird denn immer so scheiße ausgesprochen von den Deutschen, wo sich einfach jeder dran gewöhnt hat. Ach ja, Douglas zum Beispiel. Oder da gibt es, warte, scheiße, was ist denn diese Marke, die einfach jeder falsch sagt. Es gibt doch jetzt einen neuen Film mit Michael Douglas. Ja, genau, ja. Michael Douglas, ja, genau. Hier, Colgate. Alles so nützlich. Colgate. Genau. Das heißt, sagt jeder, sogar die Werbung hat es übernommen, weil es einfach zu schwer ist, den Leuten einzuhämmern, dass es ja eigentlich sozusagen von Procter & Gamble oder so ist und eigentlich Colgate heißt im Rest der Welt. Aber die Deutschen so nett. Procter & Gamble. Procter. Aber die Deutschen so nett. Das ist meine Colgate. Colgate. Ja. Ja, also gibt es so Dinge, die sich so annehmen. Ja, auch alle Paypal. Ja. Paypal. Ist halt so. Ist halt so. Aber wird es, glaube ich, seltener und seltener geben. Ja. Also auch so Levis. Dann sind wir mal ganz gespannt, um jetzt einen harten Cut und eine Alleineherzüberleitung zu machen, wie der Film, der im Dezember rauskommt, der neue DC-Film dann hier in Deutschland auch genannt wird. Aktuell spricht man ja von, ja, ja, also Wonder Woman, ich glaube, darüber kann man sich nicht streiten. Ja. Aber was dann kommt, Wonder Woman 1984. Ja. Oder wie die Pros sagen, Wonder Woman 1984. Ja, 1984 ist schon okay. Genau. Ich finde, bei Zahlen kann man schon sagen. Echt? Ja, ja. Nein, 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 nein. Doch, doch. Nein, nein. Hier Blade Runner 2049 und sowas kann man schon sagen. Ja, na ja, gut. Also 1984 sowieso ein hervorragendes Jahr. Ein unfassbar gutes Jahr. Bester Jahrgang. Bester Jahrgang, was auch noch am 14. Dezember auch den Höhepunkt empfand. Aber das ist ein, also so zum Jahresausklang ist, hat das Jahr nochmal einen absoluten Peak erlebt. Und mal gucken, wie das dieses ... Schickt gerne eine E-Mail am 14. Dezember. philatnertalk.de Dieses Jahr wird es am ... Nee, Quatsch, am 16. Dezember bei uns relativ spannend. Und am 25. Dezember in den USA. Denn dort kommt Wonder Woman 1984. Aktueller Planung nach in die Kinos. Aber es ist gerade ... Aber nur da, wo geht, ne? Genau, nur da, wo geht. Und weil das mit da, wo geht, das alles ein bisschen schwierig ist, gibt es jetzt auch die Info, Also, der Film kommt zeitgleich bei HBO Max in Streaming. Zeitgleich. Also, zumindest ist das die Verwertungskette sozusagen in den USA. Dass man sagt, okay, den knallen wir gleich noch zu HBO Max in Streaming mit hinein. Und dort, im Gegensatz zum Beispiel zu Disney Plus und Mulan, wo die ja gesagt haben, ja, Streaming gibt's auch. Das brauchen wir gleich einen Versatz, aber ist ja egal. Moment, darf ich ganz kurz die Hand heben an der Stelle? Das heißt, du stimmst mir zu, ja, dass Streaming eigentlich nicht extra bezahlen assoziiert ist? Ist interessant. Nein, 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 nein. Vielleicht kommt ... Nee, wir kommen irgendwann anders noch mal darauf zurück, wahrscheinlich. Genau. Ja, ist okay. Das habe ich nicht gesagt. Ist okay, ist cool, ist cool. Nein, das habe ich nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, dass das jetzt ein neuer Vorstoß von HBO ist, dass sie das nämlich tatsächlich ins kostenlose Streaming mit hineinnehmen, im Gegensatz zu Disney Plus. Ob ich das befürworte oder nicht, habe ich noch in keinster Weise gesagt. Aber es ist ja gar nicht kostenlos. Du zahlst ja für HBO auch was. Ja. Aber es ist dann trotz alledem ... Also erstens schon interessante ... Schleifst dich dann nicht vom Magen. Interessante Distributionsmethode im Grunde, das parallel zum Kinostart zu machen, das ist ja das eine. Und nicht irgendwie versetzt oder so etwas. Und das andere ist dann, dass das jetzt ja ein anderer oder, glaube ich, auch ein erstmaliger Versuch ist, das eben im Rahmen einer, ich nenne es mal, regulären Flatrate mitzumachen und nicht irgendwie noch mal Extrakosten dafür zu nehmen. Noch nicht mal irgendwie fünf, sechs, sieben Dollar. Sondern dass man einfach sagt, hey, du hast ein HBO Max Flatrate-Paket. Und so wie es da täglich oder wöchentlich neue Filme gibt, fällt da eben Mitte Dezember zufällig Wonder Woman 1984 auch noch mit rein. Ja. Ja, ist ein interessanter ... Ich meine, ich finde es einfach interessant, was dieses Jahr so filmmäßig geht. So das destruktivste Filmjahr eigentlich. Weil irgendwie jeder versucht, sozusagen der großen, sozusagen den Platzhirsch in dem Bereich, Netflix, da ein bisschen was abzugraben und so. Und jeder hat da so seinen eigenen Zugang so ein bisschen. Also, wie du es gerade gesagt hast, Disney macht es so, andere machen es so, HBO macht es jetzt so. Ich finde es interessant. Ich glaube aber, dass die Rechnung am Ende des Tages nicht ganz aufgehen wird für HBO. Weil klar kann es sein, dass die dann Sign-Ups generieren und dann erstmal so eine schöne Pressemeldung haben, dass der Film irgendwie, keine Ahnung, fünf Millionen Leute da reingeholt hat in HBO Max und so. Aber ich glaube nicht, dass das was ist, was die Leute dauerhaft dann bei HBO lassen wird. Also, ich wäre fast bereit, die Werte zu gehen, dass easy, locker die Hälfte der Leute danach ihr Abo wieder kündigt. Also, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist eine Rücken-an-die-Wand-Reaktion. Hätte, also, ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren ein solcher, also, solche großen Kinoproduktionen nicht, also, oder solche großen Produktionen, die auch im Kino laufen sollten, gleichzeitig zum dann doch irgendwie kostenlosen Preis, also nicht zum Extra-Preis sozusagen, dann in Streaming kommen, dass das auch sich in den nächsten Jahren nicht durchsetzen wird. Schreibt es auf die Liste, List of Doom. Das ist wirklich so ein Rücken-gegen-die-Wand-Ding, weil machen wir uns nichts vor, du hast es genau richtig zusammengefasst. Der Film kommt halt nur da in die Kinos, wo überhaupt die Kinos offen haben. Und das wird Ende Dezember jetzt auch nicht sein, weltweit nicht so richtig. Und da sagt man sich wahrscheinlich, Wir müssen diesen Film jetzt irgendwie rausbringen. Da gibt es diverse Gründe für. Und dann sagen sie ja, komm, scheiß drauf, dann schmeißen wir den jetzt auch noch in den Streaming mit rein. Da kriegen wir auf jeden Fall noch mal mehr Sichtungen als in diesen 300 Kinos, die in den USA noch auf sind oder so was. Ja, also, ja, natürlich ist es eine Rücken-an-die-Wand-Reaktion. Interessant ist es halt, dass es halt eine andere Reaktion ist, als man es bisher von anderen Studios gesehen hat. Aber auch durchaus mit Signalwirkung und wegweisend, weil viele andere Betreiber ja ganz genau oder viele andere Studios jetzt auch ganz genau hinsehen werden, wie Wonder Woman sich jetzt eigentlich schlagen wird. Und das wird dann auch ein Signal für die Industrie sein, okay, was machen wir jetzt mit Bond? Was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir mit dem? Also, wird man dieses Modell-Streaming adaptieren oder nicht? Und das hängt auf der anderen Seite aber auch damit zusammen, wird Kino überhaupt wieder zurückkehren zur ursprünglichen Form? Also, wird man an die Erfolge vergangener Zeiten im Kino noch mal anknüpfen können? Oder werden Leute eh sagen, ja, also eigentlich kann man die Filme ja auch zu Hause gucken und jetzt war ich irgendwie ein Jahr nicht mehr im Kino. So sehr vermisst habe ich es jetzt auch nicht. So ein bisschen wie Andi und das durchaus ernst gemeint jetzt. Ja. Andi ist ja auch einer, der häufiger schon, bist du noch da überhaupt? Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich habe ihn gerade atmen gehört. Du hast ja auch schon mehrfach hier in der Sendung gesagt, dass dann ja auch überhaupt das Kino an sich dir ein bisschen auf die Nüsse geht, also das Umfeld, Leute, Chips und so etwas und dass du gar nicht den Bedarf mehr hast, so häufig ins Kino zu gehen. Richtig. Vielleicht wird das, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das jetzt durch dieses aktuelle Jahr befeuert wird. Ja. Und die These, wird man komplett zurück zum Kino kommen, möchte ich schon fast mitgehen. Also ich glaube auch. Ja, also du, wird man, wird man sehen. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit. Ich würde mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber es ist auf jeden Fall das Jahr des großen Umbruchs, wo jetzt einfach auch viele Anbieter gezwungen sind, ihren Streaming-Business auch ernst zu nehmen. Also du siehst ja auch bei Disney und so, dass alle anfangen, das ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wir müssen dahin und jetzt wird das dieses Jahr einfach beschleunigt. Hätte jetzt drei Jahre gedauert, jetzt müssen wir halt anfangen, das direkt zu machen. Ja, man wird sehen. Genau, aber es ist wieder ein interessanter Umgang und ja, wie du schon sagtest, man wird sehen, was daraus passiert. Vielleicht wird das besser funktionieren als mit Disney Plus und Mulan. Im Grunde ist das auf jeden Fall nicht sofort zum, die Idee schon zum Scheitern verurteilt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt im Gegensatz zu Disney Plus. Du meinst im Sinne von, dass man zusätzlich bezahlen muss 25 Euro und das erstgeborene Mulan nennen. Genau, und dann auch noch 25 Dollar. Also würde man irgendwie, hätte man gesagt, hier kommen für fünf oder sieben oder von mir ist es auch zehn Dollar. Nimm mit. So, aber eben dann dafür 25, doch 25 Dollar oder 23 Euro nehmen, ist halt schon echt hart. So, und jetzt hat man das krasse Gegenpendel. Gegenpendel, nimm es quasi in einer Flat, die du sowieso monatlich bezahlst, nimm es kostenlos mit. Interessant. Mal gucken, wie sich das so durchsetzt und wie sich das auch auf die Zahlen niederschlägt. Aber was ist da die Auswertung für Deutschland oder Rest der Welt? Das ist unklar. Das ist also zumindest laut meinen Quellen ist es noch unklar. Ich meine, HBO ist ein amerikanischer Streaming-Service. Gibt es auch in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Genau, gibt es nicht. Und meines Wissens gibt es noch keinen Konterpart für Deutschland. Ja, also auf mich hat es keinen Einfluss, weil ich hätte ihn mir ohnehin nicht angeguckt. Deswegen, egal wo er kommt, das wird es nicht ändern. Außer er käme jetzt tatsächlich irgendwie zu so einem Standard-Leihpreis von, keine Ahnung, 4 Euro oder so. Da würde ich mir denken, ach ja, gut für so einen Filmabend. Wenn er jetzt gute Kritiken bekommen hat, dann würde ich mir den angucken. Ich habe den ersten Wonder Woman beknackt. Ich fand den ersten ganz gut. Also der hat echt Spaß gemacht. Und für so, wie sagt man so schön, Gehirn an der Garderobe abgeben und einfach mal sich die Ohren durchblasen lassen. Dafür war er ganz gut. Was hat man? Hirn an der Garderobe abgeben und du verarschst mich. Nee, und? Und was dann? Ich sage nichts mehr. Verstehe ich nicht. Okay. Anscheinend hast du einen anderen Wonder Woman gesehen als ich. Ja, okay. Nächstes Thema? Andi schließt sich dann auch häufiger mal bei YouTube ein. Und es gibt, das kann ich übrigens auch sehr gut. Oh, unsere Abende. Wenn Andi und ich aufeinandertreffen und es so 22 Uhr wird. Uiuiui. Da ist, also da ist die YouTube-Welt offen. Häufig mit Aliens und Dashcam-Videos. Ja. Aber Andi kann sich auch selber unterhalten. Ich kann mich selber unterhalten. Selber unterhalten. Und da hast du ein sehr interessantes YouTube-Video herausgefunden, lieber Andi. Ja, ja. Und zwar von The Canadian Lad. Das ist ein, mein Achtes, fast ein Kanadier, der einen YouTube-Kanal hat, auf dem er unter anderem sich Filme in einem Viertel der Geschwindigkeit anguckt. Das heißt also, so ein Film wie Joker. Das ist das Konzept des Kanals. Genau. Das ist sein Konzept. Und dann dauert so ein Joker halt nicht mal zwei Stunden, sondern er hat dann halt mal acht Stunden. Wenn man mal zu viel Zeit hat. Und das Coole ist, dass ich immer so... Ich gucke Filme in viertel Geschwindigkeit. Genau. Ich sehe immer zu, dass ich Podcasts möglichst schneller als mit einfacher Geschwindigkeit höre. Und er guckt halt Filme in langsamer Geschwindigkeit. Und entdeckt dabei regelmäßig immer Sachen, die einem meistens beim normalen Gucken gar nicht so wirklich auffallen. Und bei The Joker fand ich das wirklich sehr, sehr spannend. Werden vielleicht dem einen oder anderen auch, werden jetzt sagen, ja, nee, habe ich auch bei voller Geschwindigkeit gesehen. Da gibt es ein Video zu, knapp zehn Minuten lang, wo er so 25... Nee, ich glaube, wie viele? Also auf alle Fälle ganz viele Sachen findet, die ihm erst aufgefallen sind, als er das Teil dann wirklich auf ein Viertel der Geschwindigkeit geguckt hat. Beispielsweise, dass den ganzen Film über ein Countdown runterläuft. Also der geht los bei elf, geht dann runter bis auf zwei. Und ganz zum Schluss in einer finalen Szene, da sieht man dann im Hintergrund eine Leuchtschrift, auf der unter anderem das Wort Ace steht. Und jetzt wissen wir ja alle, einen Joker gibt es beim Kartenspiel, genauso wie das Ace, das Ass. Und im ganzen Film sind immer einzelne Zahlen wirklich sehr subtil, finde ich, versteckt. Und er hat die Szenen jetzt zusammengeschnitten und da sieht man dann, okay, hätte man darauf kommen können, hat man aber eigentlich nicht gemerkt, weil es irgendwie immer nur im Hintergrund mal ganz kurz zu sehen war. Oder eine Sache, die ich auch ganz spannend fand, was mir so im Film auch nicht aufgefallen ist, immer wenn der Joker irgendwas Böses macht, macht er das mit der linken Hand. Wenn er zum Beispiel, also wenn er nicht der Joker ist, sondern gerade eine gute Phase hat, dann schreibt er seine Sketche beispielsweise mit der rechten Hand, aber wenn er dann gerade im Joker drin ist und irgendwie was in sein Tagebuch schreibt, dann schreibt er das mit der linken Hand. Und genauso, wenn er Leute erschießt oder irgendwie verletzt, macht er das immer alles mit der linken Hand. Ist mir so nicht aufgefallen, finde ich aber sehr spannend. Ja, also ich habe mir dieses Video auch reingezogen. Das war tatsächlich relativ mind-blowing. War ein cooles Anderen. Ich fand tatsächlich diesen Countdown am wenigsten überzeugend in dem ganzen Video, weil ich mir so dachte, also erst mal hat das, irgendein anderer Film hat das schon mal gemacht. Also das hat man schon mal gesehen. Zum anderen denke ich mir so, okay, die Zahlen voll, also kommen chronologisch vielleicht in dem Film vor, aber ich möchte da fast bezweifeln, dass zwischendrin nicht auch noch andere Zahlen irgendwo zu sehen waren im Bild, die dann diesen Countdown vom Prinzip kaputt machen. Also ich frage mich dann so ein bisschen, ob das nicht einfach Zufall ist mit diesem Countdown. Also ich habe mir auch noch ein paar andere Videos angeschaut. Also es ist halt Kanalkonzept. Dann habe ich mir zum Beispiel von The Dark Knight Rises mir das Video angeguckt und von irgendwas anderem auch noch mal und je mehr ich davon sehe, desto skeptischer werde ich tatsächlich auch. Ich meine, es sind trotz alledem mindblowing Dinge dazwischen und echt coole Trivia. Also für mich das geilste Teil ... Es macht schon Spaß, aber manches ist auch konstruiert, glaube ich, würde ich auch sagen. Ja, also das geilste Teil für mich war diese Batman-Maske im Spiegel. Die fand ich cool. Weil das war für mich so ... Also auch wenn es keine Absicht war, weil das hätte durchaus sein können, dass es keine Absicht war. Aber es ist trotzdem raffiniert in der Art und Weise, dass es so subtil ist, dass man es nicht sieht, aber trotzdem vielleicht das Gefühl haben könnte, man hätte es gespürt irgendwie so. Also es ist echt eine raffinierte Nummer. Ich glaube nicht, dass es Absicht war, aber trotzdem cool, dass es drin ist. Aber ja, manche Sachen, da bin ich auch so ein bisschen skeptisch. Andere Sachen, wie das mit der linken Hand, rechten Hand, das wiederum fand ich megageil. Oder auch, dass dieses Gemälde aus dem ersten Batman-Film, wo der Joker draufguckt, dann bei ihm im Apartment hängt und solche Geschichten. Das sind schon Sachen, die nicht zufällig passieren. Also das sind natürlich bewusste Callbacks. Gerade diese Nummer, ich denke mir immer, das sind Millionen-Dollar-Produktionen, bei denen wirklich alles sitzt. Und da ist auch nichts unbedacht. Und wenn diese Zahlen wirklich in chronologischer Reihenfolge so vorkommen und ganz zum Schluss halt auch keine Eins kommt, sondern ein Ace, was ja nun auch wirklich passt, weil es ja letztlich um ein Kartenspiel geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht wirklich auch geplant war. Also dass das nur ein Zufall ist, glaube ich nicht. Ich fand das aber total enttäuschend, dass das keine Eins war. Also ich sage mir so, äh, Ace, toll. Drei, zwei, Ace. Ja, du weißt aber schon, dass Ace die Eins im Kartenspiel ist, ne? Ja, weiß ich schon, aber dazu bräuchte ich keinen Countdown, so. Also, ne, also, es war für mich so, also ja, kann man so hinkonstruieren, aber es ist halt so einmal um die Ecke. Und da wird's dann für mich so, ne, ne. Vor allem auch die eine Vier oder so, die da aufsucht, ist dann auf so einem Bahnsteig, so ganz am Rand vom oberen Bildrand und so. Äh, ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ja gut, aber bildet euch eine eigene Meinung. Ja. Glaubt nicht das, was die Nerdhacker sagen. Das ist ein cooles Video. Das ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein cooles Video. Schaut es, schaut es euch an. Wir verlinken es euch in den Shownotes und schaut gerne auch mal tatsächlich bei den anderen Videos rein. Egal, ob da jetzt gewisse Dinge konstruiert sind oder auch nicht. Ich glaube, nicht diskutabel ist, dass es sowohl im Joker-Video als auch in vielen anderen Videos echt interessante Einblicke gibt ebenso von diesen Hintergrundinformationen, rechter Hand, linker Hand. Und der hat's auch noch mal wahrscheinlich, das komplette Joker-Video zu erzählen, zu spoilern. Ich fand's zum Beispiel sehr interessant, dass der Joker, auch wenn er normale Schuhe anhat und wegläuft, im Grunde so humpelnd läuft, weil der Joker eigentlich aus seiner ... Und so die Knie hochzieht. Und so die Knie hochzieht, weil er ja eigentlich in seinem ursprünglichen Job ein Clown ist und deswegen viel zu große Schuhe hat und deswegen die Knie so hochziehen muss, damit er überhaupt vernünftig läuft und nicht stolpert und das eben mit normalen Schuhen nicht ablegen kann. Und das zeigt auch so eben genau das, was Andy so sagte, dass dort auf dieses Detail geachtet wurde. Aber man halt auch sagen muss, dass Joaquin Phoenix das halt auch hervorragend gespielt hat. Also, dass das einfach da so diese Konsistenz in allem ergibt. Und ja, schaut das mal euch bei vielen anderen Filmern hier. Ich scanne hier mal so kurz so durch. Spider-Man 3, Ant-Man, Inception ist mit dazwischen. Na. Hier Dark Knight, das ist was für Andy. Spider-Man Homecoming, haben wir gerade in der letzten Sendung drüber gesprochen. Also, da sind echt viele Filme dazwischen. Nee, Into the Spider-Verse haben wir gesagt. Ah, stimmt, ja, tatsächlich. Äh, gibt's bestimmt auch. Ähm, genau. Ja, tatsächlich, natürlich. Ja, das sind super heldenlastig. Genau. Ja, nee, ist ein, ja, cooles Video. Kann man sich auf jeden Fall angucken, ja. Ich schau mal, ich schau mal in einem Kanal, und nop mich noch ein bisschen um. Es erspart mir zumindest, mir selbst den Film vierfach verlangsamt reinziehen zu müssen. Das ist bestimmt auch schon mega Spaß. Ein Arbeit, ey. Ja, aber ich denke mir, so guckt ihr sich die Filme wirklich vierfach. Vor allem die Dialoge, die klingen dann so wie unsere Party-Folge, ne? Ja. Nee, vor allem überleg dir das mal. Also, ich meine, du hast dann, ähm, äh, 24 Frames. Das heißt, du hast sechs Frames pro Sekunde. Ist dann ja, also, ach, das macht doch kein Spaß. Ich glaub auch nicht, dass er, also, es ist, es ist catchy. Es funktioniert natürlich. Oh, der hat das in Viertelgeschwindigkeit geguckt. Uiuiui, was für ein, was für ein Nerd, was für ein... Was ein Echt. Ja, ja, und, aber jetzt glaub ich nicht, dass er das getan hat. Aber ist ja auch egal. Es ist, dieses Marketing, diese Auszeichnung funktioniert. Ähm, es hat uns dazu angeleitet, dieses Video uns anzugucken und sogar jetzt auf seinen Channel zu referenzieren. Ja. So. Aber pro Referenzen und Empfehlungen und sowas, da habt ihr jetzt ja so in der letzten Zeit echt hart abgeräumt, muss man sagen, ne? Also, hier so, äh, keine Ahnung, Micha haut da so zwei, drei Filme raus und dann wirst du überschüttet von Responses hier, ey. Ja, ja, wirklich, ne? Krass. Also, das eine war ja Emily in Paris, das wurde ja relativ viel von den Leuten so rezipiert und Meinung gebildet. Nicht immer positiv, aber man hat sich das auch angenommen. Ja, ja, aber das war ja in line mit sozusagen meiner, meiner Rezension. Ähm, und dann war, war da irgendein Film war noch, ne? Lost in Translation. Also, 2001 haben wir ja schon mal erwähnt, aber, äh, Moment, wer hatte denn auf unserem Slack noch, ähm... Le Günther hat Lost in Translation nochmal geguckt. Ah, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, genau, Lost in Translation, ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, krass, ne? Gut gemacht. Oder, ja, oder auch, muss man sagen, auch Andi muss man hier mal loben. Also, Le Günther hat ja nicht nur Lost in Translation nachgeholt, sondern auch noch Warten auf dem Bus gesehen. Ich hab hier... Das juckt mir ja auch noch in den Fingern, ne? Unter, unter der, unter der aktuellen Sendung, also jetzt nicht mehr aktuell, sondern der letzten hat, äh, Johnny sich gemeldet und hat dann nochmal, äh, sich für deine Serienempfehlung für, ähm, Babylon Berlin, äh, bedankt. Also läuft, Respekt, Alter, Respekt. Und als wäre das nicht genug, ist just zur Aufnahme der Sendung noch ein Audiokommentar reingekommen und den wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hallo Jungs, hier ist Matthias aus der Nähe von Bremen. Hier kommt meine Follower-Power, die Andi bestellt hatte. Es geht um The Americans. Es ist eine meiner Top-5-Serien all time. Andi hat ein Hauptargument, welches für die Serie spricht, bereits selbst geliefert. Es ist eine Pärchenserie. Es ist eine Serie, die du wunderbar mit deiner Dame das Haus schauen kannst. Der Aspekt der Beziehung zwischen den Arbeitskollegen und gleichzeitig Zwangsverheirten ist ein zentraler Aspekt dieser Serie. Und sie bietet zusätzlich auch Action, vielmehr aber Suspense. Und Andi, das mit dem Bidotouch möchte ich nicht gehört haben. CSI? No way. Wenn man es schon mit einer Serie vergleichen will, dann mit Dexter. Denn da ging es auch um ein Doppelleben, Familie und Killer. Soweit mein Follower-Power für eine meiner Lieblingsserien, die ich in der nächsten Woche beenden werde. Dann habe ich nämlich alle Folgen und die letzte Folge bei Netflix gesehen. Macht weiter so. Gruß aus Bremen. Ja, Influencer. Na? So. Das ist unser Erziehungsauftrag. Bildunger Auftrag. Erziehungsauftrag ist auch geil. Wir sind die Pädagogen. Nee, Andi ist schon zu alt. Pädagogik. Der Papa sagt euch schon mal, was da gucken will ich. Genau. Der Pädagoge kommt um die Ecke. Immer gut lüften. Das ist sehr wichtig. Genau. Wenn die Schulen geschlossen werden, lernt er bei uns was. Genau. Ja, Respekt. Schule des Lebens. Und danke, dass, also, letztlich ist das ja auch ein Stück weit aus dem Feedback entstanden, so von wegen, gebt uns gerne mal Feedback, dass wir euch coole Tipps gegeben haben und dass ihr euch da habt inspirieren lassen. Das dürft ihr gerne weitermachen. Das hat uns krass, mega gefreut, so ein Feedback zu bekommen. Vielen Dank dafür. Ja. Ja. Weiß man, was man der Welt hier hinterlässt. Ja. Genau. So ein kleines. Dass das alles irgendwie einen Sinn hat. Eben, das ist also, genau. So ein ganzes Driss. Dark. Ja. Ja. Ja, dann starten wir mal durch mit weiteren Filmempfehlungen oder Tipps zum Abneigen. Sahne-Überleitung. Ja, ne? Hier, Leine-Herz-Überleitung. Das kennst du von mir. Wahnsinn. Ja, und, red mal, Michael. Du hast ein paar Filme mitgebracht und hast die meisten. Ich hab ein bisschen was mitgebracht. Ja, ja, ne? Jesu. Die DA-Night hast du gemacht. Die DA-Night, genau. Da-Night. Da-Night. Ja, ne, DA steht für Darren Aronofsky. Ich hab mir zwei, also ich hab noch mehrere Filme auf der Liste, aber ich hab die so ein bisschen gestrukturiert. Also ich wollte jetzt noch mal Darren Aronofskys Filme nachgucken. Und hab die ein bisschen strukturiert. Nach Darren Aronofsky die Weird-Night, Darren Aronofsky Original-Night und Darren Aronofsky Sports-Night. Und die Weird-Night hat... Sports-Night, okay. Ja, genau. Also die Weird-Night hat beinhaltet The Fountain und Mother. Die Sports-Night wird beinhalten The Wrestler und Black Swan. Und die Original-Night wird beinhalten Pee und Raygrim for a Dream. Jawohl. Angefangen hat's jetzt halt mit der Weird-Night. Ähm. Und ich hab mir The Fountain angeguckt und Mother, die ich zuletzt tatsächlich, glaube ich, beide im Kino gesehen hab nur. Und ich glaube seitdem nicht wieder. Vielleicht, vielleicht hab ich, oder vielleicht zeitnah irgendwann danach nochmal. Aber auf jeden Fall schon länger her beide. Ähm. The Fountain fang ich mal an. Der ist von 2006, glaube ich. Kommt das hin? Ja. Irgendwie so. Ja. Ja. Äh, genau. Ähm. Ist ein Film mit Rachel Weisz und Hugh Jackman in der Hauptrolle. Und er spielt ein Wissenschaftler, slash italienisch, äh, spanischen Eroberer slash Weltraumreisenden. Ähm. Auf, und damit entlasse ich euch einmal. Ist ein guter Film. Ein fliegender Skinhead. Genau, ein fliegender. Genau. Fliegender Skinhead. Genau. Auch ein guter Name, weil sie euch bei uns im Slack anmelden. Der fliegende Skinhead. 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 Genau. Ähm, nee, auf jeden Fall, ähm, nicht, nicht alles parallel, sondern der Film findet statt auf mehreren Zeitebenen. Zu Zeiten der spanischen Inquisition und, ähm, irgendwann tausende Jahre in der Zukunft und zur Jetzt-Zeit. Und ich, äh, ich beschränke mich hier mal kurz auf die Handlung der Jetzt-Zeit, weil die anderen beiden Handlungen sind einfach höchst metaphorisch und gar nicht so richtig als Handlung eigentlich begreifbar. In der Jetzt-Zeit spielt Hugh Jackman einen Wissenschaftler, der an einem Mittel forscht, um eine Krankheit zu bekämpfen, eine Art, ich glaube, es ist so eine Art Krebs, ähm, an dem auch seine Partnerin, gespielt von Rachel Weisz, oder Frau, ähm, äh, leidet und er sozusagen diesen Wettlauf gegen diese, gegen die Zeit hat, um dieses Mittel zu finden, bevor es zu spät ist. Und dieser Film ist fucking weird. Also, der ist wirklich weird. Wenn ihr erwartet, dass das jetzt irgendein netter, romantischer Film ist, mit so ein bisschen Glitzer drauf, dann ist das nicht euer Film. Aber, wenn ihr Bock habt auf einen Film, der euch mit visuellen Metaphern um die Ohren haut und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Stimmungsfilm auch ist, parallel, und euch was mitgibt an, 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 an Dingen, über die ihr später nochmal nachdenken könnt, ein bisschen, dann ist das euer Film. Ich möchte da nicht zu viel verraten, also er handelt, oder, so viel kann ich sagen, ähm, er handelt eigentlich vom, vom Loslassen können und, und davon, dass man neue Dinge erst sozusagen entstehen lassen kann, indem man alte Dinge beendet und abschließt und aufhört. Frei heraus, ich hab den Film in der Sneak gesehen und ich war total überfordert davon, fand den mega langweilig. Und, ähm, ja, vielleicht muss ich ihn jetzt nochmal nachholen, weil Andi findet den so geil, ähm, na, nee, 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 das ist immer falsch. Das ist immer falsch. Das wird immer so dargestellt in den Medien. Ja, genau, das wird in den Medien immer so kolportiert, dass ich diesen Film so fantastisch geil finde, aber das ist nicht der Fall, sondern damals war es so, dass ich der Einzige war, der gesagt hat, okay, ich verstehe den Film nicht, aber der hat mich irgendwo drin wirklich tief berührt. Ich glaube nicht, dass du der Einzige warst, der gesagt hat, er versteht den nicht. Nee, das nicht, aber, während alle anderen gesagt haben, verstehe ich nicht, Scheißfilm, hab ich gesagt, ey, ich verstehe den auch nicht, aber er hat mich echt, er hat mich echt irgendwo berührt und der Film sagt mir was und ich kann ihn nicht komplett deuten, ich weiß, was er für eine Botschaft hat, in welche Richtung diese Botschaft geht und das, was dem Film damals ja zu Sneak-Zeiten so entgegengeschlagen ist, das ist so dieses, was ist denn das für ein Irrsinn? Und genau das hab ich dann einfach nur versucht zu verteidigen. Was soll denn die Scheiße? Genau, weil ich hab, wie gesagt, er hat mich irgendwo berührt, auch wenn ich ihn nicht komplett verstanden habe und ich hab ihn einfach nur so ein bisschen verteidigt, auch wenn er bei mir auch nicht so super duper Highlight gewesen ist, sondern auch eher so, damals waren es 6 von 10 oder 3 von 5, aber auf alle Fälle in den Film, wo ich sage, ey, gebt ihm mal eine Chance und lasst ihn einfach mal ein bisschen wirken und versucht einfach mal, nicht nur so auf der Handlungsebene zu gucken, was will der mir denn wirklich platt sagen, sondern lasst ihn wirken und denkt euch euren Teil und macht mal. Ja. So. Ja, und besondere, besondere Sympathiepunkte erhält der Film eben auch unter anderem von mir dadurch, dass er sich eben mit einem Arsch drauf setzt, was das Publikum denkt. Also, ich habe mich gefragt bei dem Film so ein bisschen, wie ist Darren Aronofsky zu 20th Century Fox und Warner, glaube ich, ich glaube, beide Studios hängen da mit drin, gegangen und hat diesen Film gepitcht. Also, wie genau, wie genau ist das gelaufen? Also, er so, okay, was soll ich, ich möchte diesen Film machen, der handelt von so einem spanischen Eroberer und so ein Skinhead in einer Glaskugel im Weltall und, und, er handelt davon, ist eigentlich mehr ein Stimmungsfilm. Ach ja, und der Soundtrack kommt von so einem Streicherquartett. Also, da denken sich doch das Studio, alles klar. Ja, komm, Darren, nimm unser Geld. Genau, genau. Du hattest mich beim Hallo. Ja, und, und da denke ich mir so, okay, wie genau ist das gelaufen? Aber, ich finde es super, dass so ein Studio, also, wahrscheinlich war Darren Aronofsky damals einfach hottest Shit, so, und da dachte man, egal, was er will, so, geben wir ihm, so. Weil, ich glaube, das war jetzt auch mit einer der Filme, die, der kam nicht direkt nach Rayquiem, aber, doch, ich meine, oder kam der direkt nach Rayquiem? Ich meine, das war der dritte Film. Okay, krass. Ja, wahrscheinlich war das der Grund, dass alle dachten, boah, Rayquiem for a Dream war so krass, jetzt kommt hier das neue Ding, so, ne? Ich glaube, finanziell war der Film gar kein Erfolg, aber ich finde es super, dass Darren Aronofsky einfach eine künstlerische Vision mit dem Film verfolgt, die sich nicht an Konventionen hält und auch nicht daran, ob das Drehbuch jetzt nach sozusagen Blake Snyder Save the Cat Prinzip aufgebaut ist, sondern einfach einen Film, auf den er Bock hatte und eine Geschichte, auf die er Bock hatte, zu erzählen. Deswegen, Mega-Props aus der Richtung von mir und den Soundtrack möchte ich eben auch nochmal lobend erwähnen. Der ist auch wirklich sehr, sehr, sehr hervorragend, eingespielt von Kronos Quartett. Ja. Sehr coole, sehr coole Nummer. Lief damals in meinen Happy Rotation. Ja. Heavy Rotation oder Happy Rotation? Heavy Rotation. Okay, gut. So, ich habe das gerade nochmal gegengecheckt. Es war nicht der dritte Film, sondern der vierte Film. Dazwischen war noch Below. Also Requiem for a Dream war, glaube ich, der wesentlich erfolgreichere. Der war aus 2000 und dann erst 2006, also sechs Jahre später, hat er dann The Fountain gemacht. Liegt doch eine ganze Ecke zwischen. Siehst du? Andee und der Fakten. Man kann nicht sagen, dass er da gerade noch super heiß und aktuell und super angesagt gewesen ist. Ja, stimmt, weil es nicht mehr so ganz haus ist Shit. War nicht so kommerziell erfolgreich. Ja, du, vielleicht hat er auch die Kohle bekommen, weil das Budget jetzt nicht irgendwie mega war für den Film oder so, weil ich meine, am Ende des Tages ist es halt irgendwie eine Handvoll Darsteller und eigentlich gibt es nur zwei Sets mehr oder weniger. Naja, wobei ganz so ist es nicht, aber naja. Keine auch noch den Weltraum. Ja gut, aber das ist ja alles Trick. So, das ist ja, also ich könnte mir fast vorstellen, dass das das günstigste Setpiece war eigentlich. Also der hat ein Budget von 70 Millionen Dollar gehabt. Auch nicht ganz wenig, ja. Ja, komisch, komisch. Also, aber ich finde es super, wie gesagt, dass ein Studio oder mehrere Studios sogar ihm da die Kohle gegeben haben. Ich finde es auch witzig übrigens, wenn ich bei Letterboxd mal schaue, so meine Follower, wer, also wie der so bewertet wurde, sind da Leute, die haben dem viereinhalb Sterne gegeben, also echt hoch und einer halt eineinhalb. Also, er geht schon weit auseinander. Also, das ist alles, ich kann schon verstehen, wenn man nur sagt, okay, was soll das, was soll das bitte? Vor allem macht es der Film ja auch echt nicht einfach, weil der ja anfängt mit dieser ganzen Maya-Tempel-Geschichte, die echt weird ist. Wo man sich so denkt, what the fuck, ich erinnere mich genau, als er anfing in der Sneak und dann fing es an mit dieser Maya-Tempel-Nummer und alle, also du hast so richtig gemerkt, wie alle im Saal sich so dachten, äh, was? Und danach direkt kommt Skinhead in der Glaskugel und und dann war das what the fuck einfach so groß bei den Leuten. Erst dann, also dritte Zeitebene, wird quasi die Jetzt-Zeit eingeführt, wo die Leute dann sagen, oh, endlich, das, das erkenne ich. Aber der Film macht es einem schon nicht leicht, muss man gar nicht fairerweise sagen. Man muss auch, glaube ich, in der Stimmung dafür sein, also du kannst dich nicht einfach hinsetzen und, ey, hier, guck mal, The Phone, oh, cooles Bild, klick den mal an, sondern, ist jetzt kein Sonntagsfilm, Rotwein-Kerze, und dann musst du schon vielleicht ein bisschen ins Glas geguckt haben und dann kann man dem Film einiges abgewinnen. Ja, da guckt er sich leichter weg. Genau. Ja, aber kein Raki. Nee, bloß nicht. Nur mal so in den Raum geworfen. Ganz böse. Vielleicht gibt's da noch mal. Da muss man aufpassen. Genau, vielleicht geht's irgendwann um Raki. Ja, genau. Ich möchte aber noch ganz kurz trotzdem eine kleine Herzensanekdote mit in den Raum werfen. The Fountain ist einer, der, nee, nicht einer, ist eng verknüpft mit, warte, wie sag ich das jetzt, mit meiner ersten Erinnerung an Andi. Ja, ne? Ja. Der Quirulent, der diesen Film gut fand. Nee, nee, also wir haben ja bestimmt davor irgendwie schon mal gequatscht und irgendwie abgehangen in der Sneak und so, aber ich erinnere mich an eine Szene, total bildlich, wie wir an der Kasse standen im Cinemax und zwar ganz rechts, wo das Foyer noch nicht so richtig angefangen hat, bei dem Aufzug, bei der Pizza hat und, ähm, Ich hab gesagt, vielleicht kommt ja The Fountain. Ja, genau. Und ich stand mit Seba in der Schlange und du, und wir waren so am Rätseln, so, hm, was könnte da kommen und du meintest, ja, vielleicht kommt ja The Fountain und mir hat dieser Film nichts gesagt und ich dachte, das wäre ein Horrorfilm und wir, und wir waren alle so, boah, boah, das, ja, das wäre ja krass, obwohl mir der Film eigentlich gar nichts gesagt hat und dann kam der und dann dachte ich so, ja, den Typen musst du ja merken. Genau, genau. Alter Sneak-Orakel. Der weiß nicht, Genau, der kennt, der kennt das, Krake Paul. Genau, mein Lehrer, die Krake, ey. Ja, ja, das ist, das so kurz als kleine Trivia, so haben Andi uns kennengelernt. Dann haben wir die wieder Fußball-WM, kannst du gerne durchklingeln dann. Ja, genau, das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja. Ja, aber das war jetzt ja nur ein Teil der Darren Aronofsky-Sendung. Genau, dann habe ich mir direkt Mother-Ausrufezeichen hinterher reingezogen. der ist um das Jahr 2018, glaube ich, oder 16. Ich habe gerade keinen Bock nachzugucken, aber irgendwie so. Und in der Hauptrolle zu sehen ist J-Law, also Jennifer Lawrence und Haviba Dem. und ich möchte eigentlich gar nichts über die Story erzählen, weil dieser Film, diesen Film muss sich jeder selber erarbeiten. Was ich aber sagen möchte ist, in meinen Augen ist dieser Film einfach so sehr on the nose, also die Metapher, die dir dieser Film mitgibt, ist so auf die Fresse, dass es mich geschockt hat, jedes Mal, wenn ich mit jemandem über diesen Film spreche, insbesondere damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, aber auch jetzt wieder, was für unterschiedliche Interpretationen die Leute da sich hinfantasieren für diesen Film. Das ist unglaublich, worüber Leute reden, ja, ja, nee, da geht es um Feminismus, ja, nee, da geht es um Flüchtlingskrise und so. Und ich denke mir so, wie kann man das, also ich verstehe das, ich meine, jeder hat einen anderen Zugang zu Filmen und so, aber in meinen Augen ist es halt so, wie kann man das verpassen, was dieser Film einem erzählt? Also das ist so in your face. Und ich möchte, 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 ja, nee, Ja, dann, 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 drop einfach noch einmal für die Dummen unter uns, dieser Film geht offensichtlich nicht um Katzen, sondern um? Nee, ich möchte es nicht sagen. Du möchtest es nicht sagen. Nee, ich möchte es nicht sagen, weil ich, weil, weil das ein Spoiler ist. Also, ey, das ist meine eine Interpretation, ähm, und es gibt auch nur die eine Interpretation, aber alle sind, So ego bin ich. Aber du gibst allen die Möglichkeit und sagst, ja, bildet, also es gibt, also guckt euch den Film an und bildet euch eure eigene Meinung. Was ist das denn? Das widerspricht sich doch. Ja, es ist spannend, wie man diesen Film missverstehen kann und ich bin mir auch nie sicher, ob wir beide jetzt das Gleiche sehen. Ich vermute es mal, aber ich kann mir jetzt nicht, ja, geht ja eigentlich nur. wir können uns gerne nach der Sendung kurz nochmal austauschen. Aber, aber wir müssen, also, also, wirklich, jeder, der mit einer anderen Interpretation um die Ecke kommt, hat den Film nicht verstanden, ganz ehrlich. Also, die Metapher ist so glasklar in diesem Film und, ähm, ich, ähm, hab dem, wie soll ich sagen, das ist einer der wenigen Filme, die ich krass aufgewertet hab beim zweiten Mal gucken. Ich hab den, äh, als ich ihn das erste Mal gesehen hab, fand ich den ganz okay, dachte mir so, ja, ist ganz nett, Darren Aronofsky, nette Metapher, na, kann man, kann man gucken. Und jetzt hab ich den nochmal geschaut, eben, zu Hause und fand den so geil. Also, der ist so geil, der Film. ich, also, was der für eine Power hat und wie der dich in den Sog zieht, man muss es natürlich wollen, ne, also wie bei allen Darren Aronofsky-Filmen oder fast allen, ist es so, du musst dich hinsetzen und wirklich dich auch auf die Story einlassen und auch dich darauf einlassen, dass du dich gerade einem Filmemacher anvertraust, dem es egal ist, was du über seinen Film denkst, sondern der einen Film macht, den er machen möchte, was, wie gesagt, tiefen Respekt verdient. Und Mother ist nicht einfach, das ist kein Easy Watch. Man fängt an, den zu gucken und fragt sich, hä, was soll das und warum ist das so und irgendwie widerspricht das jetzt auch jeglicher Logik und jeglichen Gesetzen und, und von Anfang an, also ab der ersten Sequenz, haut der dir mit, mit der Metapher, die er versucht zu erzählen, einfach ins Gesicht und danach aber in der zweiten Hälfte geht der, also ist der, ist der vom Handwerk so unfassbar gut, der Film, also über den ganzen Film über, aber der, der baut so eine Durchschlagskraft auf und so eine Dramatik und, und ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, einfach so eine Wucht, genau Wucht ist das Wort, nach der ich suche, der haut dich weg und ist so, also brutal in so einem, in so einem physischen, aber auch in so einem, in so einem geistigen Sinne, dass mich der einfach richtig begeistert hat dieses Mal, also ich war, ich war Feuer und Flamme. Merkt man nicht. Ja. Ja, aber ist doch gut, damit hat er alles wieder ausgebügelt, was er mit Noah verkackt hat. Ja, genau, weil Noah, oh Andi, wirklich, komm her. Noah war so, wo ist denn Noah in deiner Liste? Dreck, totaler Dreck, Noah war totaler Dreck, ich glaube, das ist einer der Filme, ich glaube, ich habe dem 3 von 10 auf IMDb gegeben oder so, Noah ist so ein Mist, ich fand ihn so scheiße und Mother habe ich wirklich aufgewertet von 6 Punkten oder 6 Sternen, also von 10 auf 8, also von 3 von 5 auf 4 von 5. Der ist so, so viel besser, also hat er wirklich Noah wieder komplett wettgemacht. Ja, muss man echt sagen. Also, ich habe Mother 4,5 von 5 gegeben, weil ich fand den auch super brillant. Am Anfang, ich denke mal, wenn man den jetzt nochmal guckt, guckt man wahrscheinlich gerade so den Anfang nochmal mit ganz anderen Augen, weil man doch beim ersten Mal gucken, doch erstmal so, hä, was ist denn das? Bis der dann irgendwann klar wird, worauf es denn hinausläuft, was das denn alles darstellt und dass es eine bildliche Umsetzung von einer Sache ist, die jeder schon mal gehört hat und dann merkst du aber, oh ja, und ich denke mal, den noch ein zweites Mal gucken, da kann man wahrscheinlich so den Anfang auch nochmal ein bisschen mehr wertschätzen als so, aber ich fand den so hervorragend umgesetzt und brillant und hat mich wieder darin bestärkt, dass Aronofsky doch mein Lieblings, also einer meiner Lieblingsregisseure ist. Ja, also ich freue mich auch mega darauf, jetzt die nächsten Filme nochmal zu gucken und ich freue mich auch auf den nächsten Aronofsky. Also ich bin echt gespannt, was der demnächst noch raushaut. Ich weiß nicht, ob der irgendwie einen Deal mit Apple gemacht hat oder so. Ich glaube irgendwas, ich glaube der ist zu irgendeinem Streamer, oder ist er bei Netflix jetzt? Also bei Wikipedia steht keine neue Regiearbeit in Planung oder sowas. Ah, okay. Also ja. Okay, komisch. Hat jetzt auch momentan anscheinend kein aktuelles Projekt. Okay, na gut, wahrscheinlich ist er so ein bisschen mit Schalfickel. Hat ja gerne mal längere Pausen. Ja, ja. Ja, also ich bin echt gespannt, was der als nächstes raushaut. Aber ja, Mother, also krasser Film, wirklich. Und auch von der Besetzung mega cool, also es taucht irgendwann Michelle Pfeiffer auf und Ed Harris. Donald Gleeson ist auch zu sehen in dem Film. Und die krasseste, wie soll ich sagen, komisch besetzte Rolle, weil die Person auf einmal auftaucht und das so ein bisschen den Matt Damon-Effekt in Interstellar hat, wo auf einmal Kristen Wiig auftaucht in Mother und man so denkt so, äh, also was sucht die denn jetzt in dem Film? Und dann ist das halt so eine krasse Rolle, ähm, also es ist echt überraschend. Also erst mal denkt man so, ach ja, ist ja nett. Und dann irgendwann haut der Film so in die Magenkuhle. Also, mega geil. Ja. Empfehlung, wenn ihr Bock habt auf... Oberste Empfehlung, ja. Ja, auf was, also, auf was zum Nachdenken und, und ein bisschen Rätseln und dann aber auch Spaß habt an kinematografischer Umsetzung. Weil dieses Haus, also, die, ähm, äh, Jennifer Lawrence und, äh, Javier Badem wohnen halt in diesem Haus und die Kamera folgt denen auch immer sehr eng am Körper, also ähnlich wie in Black Swan. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, Darren Aronofsky hat so seinen Style gefunden. Also, die Kamera ist immer in Bewegung, immer an den Darstellern und so. Und das führt auch zu so einer Art Verwirrung, also, fast schon so ein Trance-ähnlicher Zustand eigentlich, wo man auch gar nicht richtig weiß, wie das Layout von diesem Haus ist. Also, es ist alles irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen im Fluss. Und dann später kommt's halt zu so, wie soll ich sagen, Ausschreitungen oder so Exzess und so in diesem Haus. Und das ist in so einer Art und Weise gefilmt, ist, der Film wirkt eigentlich wie ein One-Take. Obwohl der ganz, ganz, ganz viele Schnitte hat. Aber der ganze Film wirkt eigentlich wie ein One-Take, was echt, echt krass gute Kamerarbeit ist. Also, ja. Ich bin so, ich bin so aufgedingst, weil ich möchte nicht erzählen, worum es geht. Ja. Ja. Und ich versuch da so drum rum zu tanzen, aber trotzdem irgendwie meine Begeisterung aus. So surreale Szenen, die es aber irgendwie genau auf den Punkt bringen, ne? Voll. Voll, ja. So eine Umgekehrung. Geiler. Perfekt. Geiler Film. Richtig geiler Film. Ja. Also, ich werde euch, ich werde euch auf dem Laufenden halten, über die Die A-Night. Guckt den. Mal gucken, was da noch. Genau. Mal gucken, was da noch kommt. Genau. Also, von den Darren Aronofsky-Filmen auf jeden Fall der. Und ich würde sagen, Black Swan ist wahrscheinlich eine der zugänglichsten Arbeiten bisher. Von Darren Aronofsky auch. Ja. Jesus Maria, wer hätte damit gerechnet, dass eine solche Euphorie dahin zukommt? Ja, ja, wirklich. Haben wir Wochen bei Nerdtron, ey. Ja, ja, wirklich. Selten genug. Ja. Ja, Mensch. Sag mal, Phil, hast du jetzt gerade Sachen von der Liste runtergeschmissen? Ich habe gerade tatsächlich einen Film runtergeschmissen. Das war Bombshell. Den habe ich runtergeschmissen. Das bedeutet nicht, dass du deine sowieso schon lange Liste jetzt noch länger machst. Ja, doch. Mir ist noch gerade eine eingefallen, den ich auch gesehen habe. Die große Micha-Sendung. Ist ja sonst nicht so, dass du lange Nächte irgendwie machst, irgendwie alle die Quadrologie von Back to the Future nochmal Revue passieren lässt oder noch einmal Romy und Julia oder ... Naja. Was geht eigentlich mit Pixar? Ja, was geht mit Pixar? Also tatsächlich. Ja, Coco und Soul. Ja, ja. Aber irgendwie so, ist das nur bei mir so? Oder ist das auch bei euch so? Irgendwie so zu Zeiten von Wall-E und Findet Nemo und sowas, haben wir alle irgendwie so richtig hingefiebert auf den nächsten Pixar. Toy Story genauso. Oh mein Gott, der nächste Pixar kommt. Und wir haben jeden Pixar hintereinander geguckt. Wir waren die Ersten, die die im Kino sich angeschaut haben. Und so weiter. Und irgendwie ist da so seit ... Also bei mir so seit drei Jahren, würde ich jetzt aus dem Lameng mal rausschießen, drei, vier Jahren irgendwie so die Luft raus. Also ich verfolge das mit Pixar gar nicht mehr so. Aber auch die Welt, meine Bubble um mich herum, ist auch gar nicht mehr so euphorisch. Oh, Pixar, Pixar, Pixar. Sondern es ist so, ja, jetzt kommt neue Pixar und eigentlich ist das auch ganz gut. Ja, bin ich da alleine? Ist das meine Bubble oder ist das tatsächlich so? Nee. Nee, das siehst du schon richtig. Was nicht heißt, dass die Filme von Pixar schlechter geworden sind. Genau, das ist ja alles nur eine Überleitung. Aber es interessiert mich tatsächlich jetzt. Genau, die anderen sind halt besser geworden. Weil Pixar haftet halt einfach dieser Pionier in dem Bus an, wie einst Walt Disney auch. Aber irgendwann gab es dann halt auch andere Animationsstudios. Und das, was andere Studios an sozusagen Computeranimationen auf die Beine gestellt haben, als Pixar wirklich sozusagen den Run hatte, mit Monster AG und findet Nemo und all sowas, da waren die anderen Studios halt alle mit so Klamauk-3D noch beschäftigt. So, weißt du, große Haie, kleine Fische. Weißt du, da war Shrek eigentlich noch so das beste Beispiel, was man irgendwie vorgekramt fand. Ach, die waren da alle Quark im Schaufenster, Mann. Ja, so, nee, wirklich. Genauso sieht's aus. Und mittlerweile haben die anderen halt auch Gold. Aber trotzdem möchte ich sagen, Pixar ist nach wie vor King. Auch wenn mit einem knappen Vorsprung, aber nach wie vor King, wenn's wirklich um so emotionale Storytelling geht. Ja. Da können die anderen auch nicht ganz Schritt halten. Also die Perfektion, mit der Pixar das macht. Also Coco, hast du jetzt ja grad schon gesagt, auch so ein Film, der, den wir, also ich hab ihn jetzt gerade vor einiger Zeit nachgeholt, auch nicht live quasi im Kino gesehen. Unfassbar emotional, wunderschön. Jetzt Soul, was jetzt ja im Dezember auf Disney Plus direkt rauskommen soll, hab ich teilweise ja gelesen, soll der beste Pixar-Film aller Zeiten sein. Das ist jetzt sehr krasse Vorschusslorbeeren. Aber es zeigt halt einfach auf, dass offensichtlich Pixar auch da ein, auch wieder ein gutes Werk abgeliefert hat. Und ich war auch äußerst positiv überrascht, weil genau dieses Emotionale in einem Film auch aufkam, den ich gerade gestern, glaube ich, gesehen habe. Das ist nämlich ein Filmstart von Anfang diesen Jahres. Das ist dann in diesem ganzen Corona-Graffel leider wieder untergegangen. Aber da geht es um Onward. Genau, das ist ein Pixar-Film, der irgendwie Anfang dieses Jahres rauskam, in die Kinos kam, dann halt wegen der Corona-Krise irgendwo so untergegangen ist und jetzt halt auch in den Disney Plus Fundus übergegangen ist. Ich hab mir den angeguckt, diesen Film, und er ist genau das, was du so sagtest, dieses Storytelling kann Pixar halt. Und das tut mir halt echt so leid, dass Pixar da dann irgendwie, ja, da so untergeht irgendwie so. Oder da eben dieses Großartige dann nicht auch in der Breite so ankommt. Oder mehr wertgeschätzt, hätte ich fast gesagt, wird. Aber das wird es ja. Naja, in Onward wieder eigentlich total interessant oder komische Geschichte. Man glaubt gar nicht, dass das aufgeht. Das tut es aber. Es spielt in einer Welt voller Fabelwesen, also wo Elfen und Drachen und Orks und sowas existieren. Und die Grundidee ist, dass früher waren da große Magier und Zauberer und waren dann ganz besonders, wie das halt in so einer Fantasy-Welt ist. Und dann kam aber irgendwann die Industrialisierung. Auf einmal kam auch in dieser Fabelwelt Strom und Feuer und irgendwann, ja, Maschinen. Und dann machen wir einen Zeitsprung. Wir sind im Grunde genauso in seiner Welt, wie in der wir leben. Es gibt Smartphones, es gibt Internet, es gibt halt Autos, ganz normale Umwelt nur, dass es halt das Farbewesen da drinne leben. Statt dass die Familie einen Hund hat, haben sie einen kleinen Drachen. Und wie gesagt, die Familie, um die es geht, sind Elfen. Und das ist eine alleinerziehende Mutter, die es da gibt mit zwei Söhnen. Und der etwas kleine, junge und schmale Ian wird 16, ist eher so, weiß ich nicht. Der sieht sogar optisch so ein bisschen aus, wie jeder Hauptdarsteller aus, How to Sell Drugs Online Fast. Und wie dieser Lockenkopf da. Ich weiß gar nicht, wer... Ja, wer ist denn in der Serie? Also Maximilian Mund heißt der Schauspieler. Stimmt, genau, ja. Genau, und... Wer ist denn der, Moritz? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall so optisch und auch so vom Auftreten ist Ian in diesem Film ähnlich. Und er wird dann 16. Und die Mutter sagt, ach ja, wichtige Prämisse, sie ist alleinerziehend, weil Vater ist halt sehr früh gestorben. Und dann sagt sie, hey, euer Vater hat ja noch was aufbewahrt. Und dann holt sie einen Zauberstab vom Dachboden und sagt, hey, das ist das letzte Geschenk. Und da ist ein Zauberspruch drin, wie sie den Vater für einen Tag wieder zurückholen können. Dieser Zauberspruch schlägt fehl. Und der ist nur bis zu den Beinen sozusagen. Da baut sich von unten nach oben auf der Vater. Und der ist nur bis zur Gürtellinie sozusagen sichtbar. Und so müssen sich die beiden Brüder aufmachen, um irgendwie so einen Zauberstein zu finden, um den Vater noch mal komplett zu machen und dann halt ihn noch mal zu erleben. Aber sobald der Zauber losgetreten wurde, was mit diesem Unterteil ja passiert ist, vergehen nur 24 Stunden. Und dann löst sich der Zauber generell schon wieder auf. Das heißt auch so ein bisschen Lauf gegen die Zeit, aber auch hochgradig emotional. Und das schafft Pixar hervorragend. Also so diese Familienstrukturen irgendwo darzustellen. Oder es funktioniert, dass du einfach nur einen Unterkörper hast. Du siehst einfach Beine, die eine Jeans anhaben. Und dann im Grunde mit Gürtel sozusagen, das endet diese Figur. Und dass diese Beine Emotionen ausstrahlen können. Dass diese Beine gar Nähe ausdrücken können. Gar Freude ausdrücken können. Ich weiß nicht, ob das andere Animationsstudios schaffen als Pixar. Dass die einfach etwas so Abstraktem wie einfach nur ein paar Beinen einen Charakter, eine Persönlichkeit geben können. Und das hat mich in Onward dann doch schon sehr verzaubert. Das ist schon sehr, sehr cool geworden. Es gibt noch viele weitere Aspekte, die diesen Film sehr schön machen. Es geht auch wieder Rückentsinnung zu Fabelwesen und so etwas. Und ich habe schon was von Zauberei gesagt und sowas. Einfach ein super schöner Familienfilm, der jetzt nicht in die Kerbe von Findet Nemo oder sowas schlägt. So überbordend ist er dann doch nicht. Oder auch vielleicht für die etwas erwachsenen Coco. Aber es ist schon wieder ein Beweis, dass Pixar es einfach drauf hat, tolle emotionale Geschichten zu erzählen. Und wer da diesen Film bisher noch nicht so auf dem Schirm hatte oder so etwas, dem sei Onward mit dem schlechten Untertitel Keine halben Sachen. Weil halbe Sachen, Vater. Schrecklich. Was soll das? Empfohlen. Wieder Marketing-Leuten in die Schnauze. Ja. Vor allem dieser Titel fügt nichts hinzu. Also ich weiß nicht mehr, dieser Titel gibt mir nicht mehr Kontext als nur Onward. Also keine halben Sachen. Da denke ich an diesen Bruce Willis-Film aus den 90ern. Ja. Was soll das? Also wie keine halben Sachen? Wieso? Was wäre denn die ganze Sache überhaupt? Also was soll dieser Scheiß-Untertitel werden? Da kann ich wirklich ausrasten. Nee, merkt man nicht. Nee, aber ganz, ganz süßer Film ist bei Disney Plus in der Flatrate natürlich mit drin. Wer dafür Geld ausgeben möchte, kann es auch bei Amazon oder so ein Zeug mieten. Da ist er auch im Streaming. Da ist er im Streaming, so sieht es aus. Nein, ist er nicht. Man muss ihn leihen. Ihr ahnt gar nicht, also ihr ahnt gar nicht, wie viele Aspekte aus unserer Top-Five-Aufnahme wir teilweise wortwörtlich in die Sendung hier gerade nochmal reinpacken. Lauter Insider. Das ist sehr, sehr geil. Das ist quasi das, ja, Sendungs-Inception hier. Genau, voll. Ja, aber schaut ihn euch gerne da mal an. Trotz dessen, dass das jetzt nicht so einen riesen Impact gehabt hat, wie halt seinerzeit die großen Pixar-Filme, ist das wirklich ein ganz, ganz schöner Familienfilm. Auch mit ein bisschen Abenteuer und sowas drin. Vielleicht ein bisschen zu viel Abenteuer, aber am Ende gebe ich dem Film trotzdem 4 von 5 Sternen. Ganz, ganz toll. Ich habe am Ende geweint. Es ist tatsächlich so. Andi hat das zuletzt, sagt immer so, hier bei meinem dritten Pick in den Top-Five, da musst du weinen. Ja, hier aber und what? Ja, das Ende. Da denkst du dann, das läuft auf ein klassisches Ende hinaus und alles löst sich auf. Und dann kommt nochmal so ein emotionaler Schwenk, der, wo du einfach sagst, oh mein Gott, das ist so schön. Das ist so, so, so schön, dass jetzt dieser Schwenk der Emotionalität kommt. Das ist so wunderbar und das erwischt dich so kalt. Oh, ich habe laut aufgeschluchzt hier auf dem Sofa. Schau dir Onward an. Ich sage dir, da machen wir keine halben Sachen. Ah, ah. Ich habe kein Disney Plus. Ah, okay. Das, ähm, das tut mir leid. Sowas brauche ich nicht. Noch nicht. Schreib das auf die Liste auf Amazon und Netflix. Ja, vor allem, ich habe, also ich meine, haben wir ja in der Sendung neulich befreundet, ich habe ja meinen Disney Plus Account auch gekündigt. Ja. Also. Und wenn Michael das nicht braucht, dann brauche ich das dreimal nicht. So. Hm. So. So, genau. High five. Ja, so viel zur Onward. Und irgendwie dem Wunsch, Pixar darf auch mal gerne wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit kommen. Hm. Äh, komm, dann haue ich schnell noch einen anderen Familienfilm hinterher. Ja, los. Ähm, nämlich, äh, ich habe mir im Zuge von Borat jetzt nochmal Bruno reingezogen, oder Bruno. Ähm. Ähm, das ist der, ähm, das ist der, ähm, das ist der, ja, genau. Auch ein Sascha Baron Cohen Charakter, den er erfunden hat, während er die Ali-G Show gemacht hat. Äh, ist so ein schwuler Moderedakteur oder Modereporter, der halt um die Welt reist. Und im Grunde genommen nach dem Ali-G Prinzip Leuten einen Spiegel anbietet, sozusagen, also mit seinem Charakter aus Leuten Sätze herausholt, weil sie das Gefühl haben, sie könnten ihm das sagen, weil er ja gleichgesinnt ist. Und, äh, anders als jetzt in Borat geht es da sozusagen, also ich, in meinem sozusagen immer, es tut mir leid, ich werde jetzt nicht los. Ähm, anders als in Borat geht es da nicht darum, politische Ideologien vielleicht oder so gesellschaftliche Themen im Sinne von, äh, Emanzipation oder Rassismus oder sowas zu entlarven, sondern ein bisschen mehr so Lifestyle-Themen, ähm, und wie hirnverbrannt eigentlich viele Leute in diesem Business auch sind und bereit sind, einfach auch wirklich dumme Dinge zu sagen, wie zum Beispiel Religionen nach, nach Fanciness zu raten und sowas, also so, die Top 5 sexiest Religionen und so eine Scheiße. Ähm, und dieser Charakter war sehr witzig immer in, in der Ali-G Show, ähm, und dann gab es halt 2007, glaube ich, oder so, äh, halt den passenden Film dazu. Und ich hatte neulich, äh, von unserem, äh, gemeinsamen Bekannten und Freund Matti gehört, der sich eben auch nochmal Borat reingezogen hat und auch Bruno nochmal geschaut hat und meinte, äh, Bruno wäre jetzt irgendwie, äh, der, der, der witzigste oder, oder, scharfzüngigste oder, ich weiß gar nicht, was für ein Wort er benutzt hat, aber auf jeden Fall irgendwie der Beste dieser Filme. Und dem muss ich aber jetzt widersprechen. Ähm, ja, ich hab den damals im Kino gesehen, ich glaub, er kam in der Sneak, wenn ich mich enttäusche, das heißt, ihr habt den, glaub ich, auch gesehen. Glaube, ja. Ähm, ja, gesehen hab ich ihn auch. Und ich fand den damals so, mäh, hat mich irgendwie nicht so richtig vom Hocker gehauen und ich dachte, gut, vielleicht hab ich den einfach damals, ne, vielleicht hatte man diesen, diesen, diesen Biss, diese Satire noch nicht so richtig umrissen und so. Also, aber, äh, ist es nicht. Also, der, der ist strukturell ganz, ganz schwierig, der Film. Also, ganz durcheinander und das sind so einzelne Situationen, wo man immer das Gefühl hat, Sacha Baron Cohen hat nicht das aus den Leuten rausbekommen, was er eigentlich hätte haben wollen. Also, viele Leute lassen sich gar nicht so sehr aufs Glatteis führen, wie, wie er's, glaub ich, gern gehabt hätte. Der Charakter ist witzig, muss man tatsächlich sagen, aber vieles davon sind halt auch so Gags, wo man so denkt, ja, okay, diese, das ist jetzt halt angefüllt mit Gags, aber so richtige Momente mit versteckter Kamera und so, gibt's in dem Film eigentlich wenige, die wirklich überzeugend sind. Das heißt, unterm Strich fand ich den jetzt nicht so, nicht so prall. Also, keine Empfehlung. Wenn ihr ihn bisher nicht gesehen habt, würde ich jetzt sagen, lass es bleiben. Also, drei von fünf geb ich dir. Aber Respekt für eben als, als Teil im Lebenswerk von Sacha Baron Cohen, dass er diese Figur erfunden hat und nur wirklich dahin geht, wo es weh tut und da wirklich teilweise auch wirklich krasse Szenen auch sich abspielen, aber insgesamt als Gesamtfilm, der Film einfach nicht so, nicht so sehenswert, ja. Also, ich erinnere mich an ihn auch als, als nicht so gut wie Borat. So hab ich ihn damals verbucht. Deine Erinnerung trügt dich nicht. Ja. Ja, also das dazu. Hier ist ein guter Moment, ein weiteres Thema aufzumachen, das für die Sendung geplant war, aber weil die Sendung ja so spontan entstanden ist, noch nicht als Thema aufgenommen wurde. Ja, Zeitparadoxa können wir super in diesem Podcast. Es geht um Vincent. Vincent, den begleiten wir jetzt ja schon seit einigen Monaten. Er dreht einen Dokumentarfilm über das Thema Schlafparalyse. Und das letzte Mal waren wir ja an dem Punkt, dass er jetzt alle Interviewpartner zusammen hatte und eine große Reise quer durch das Europa vorhatte, um dann diese Interviewpartner auch vor Ort zu besuchen, dort vor Ort zu drehen und ähnliches. Und genau das ist jetzt geschehen. Und diesen Zwischenstand, den möchte Vincent mit uns mal teilen. Und was natürlich auch super interessant ist, wie geht man denn jetzt eigentlich mit diesem Filmmaterial um? Also der hat da zig Stunden an Rohmaterial. Am Ende können diese zig Stunden natürlich nicht in einem Film landen. Wie kategorisiert man eigentlich in einer Post-Production gute Szenen und schlechte Szenen? Wie geht man da heran? Wie sind da die Arbeitsflows? Auch da bietet uns Vincent einen ganz interessanten Einblick, ganz unabhängig von dem Thema, sondern mal so ganz filmwissenschaftlich sozusagen oder filmmethodisch. Das trifft es vermutlich besser. Und so ist dann das kommende Interview entstanden. Super, super interessant, da mal die Insights zu bekommen. Und noch einmal ganz kurz die Bitte um Unterstützung. Wenn ihr da sagt, Mensch, das Projekt, das möchte ich unterstützen, schaut mal in die Shownotes. Dort gibt es einen Link. Und Vincent freut sich auch über 5 Euro oder 10 Euro Unterstützung für sein Projekt. Jetzt aber genug zur Vorrede, starten wir durch in das Interview. Dann lass uns gleich mal mit einer ganz wichtigen Frage loslegen. Was ist denn seit dem letzten Mal alles passiert? Ja, also erstmal Hallihallo. Das letzte Mal haben wir uns gesprochen, bevor wir unseren Auslandsdreh begonnen haben mit England als erste Station. Genau, wir sind dann für sechs Tage nach Südengland gereist. Alles in Richtung Stonehenge und Plymouth, also wirklich so die südliche Küstenregion von England. Und haben da zwei Protagonisten gehabt. Und zwar einmal eine Betroffene, die schon ein bisschen älterer Jahrgang ist, die da wirklich in einem Dorf neben Stonehenge wohnt. Also wir hatten sehr, sehr schöne Motive nirgendwo da gewesen und halt natürlich auch Stonehenge besichtigt. Was dann auch ein sehr eigenartiger und mystischer Ort ist, der so ganz behaftet ist mit halt so, ja, diesen ganzen mystischen Zeiten, die da irgendwie dahinter stecken. Warum haben die das Ding gebaut, etc. Und nachdem wir dort dann zweieinhalb Tage waren, sind wir dann nach Plymouth gefahren. Das ist dann quasi nochmal westlicher Richtung Atlantikküste, glaube ich. Und haben dort dann im Nirgendwo die Dr. Susan Blackmore, unsere erste wissenschaftliche Protagonistin, unsere erste Expertin, zwei Tage gedreht, mit der wir dann ganz viel über das Thema gesprochen haben. Und sie selbst ist halt sehr viel im Bereich von auch außerkörperlichen Erfahrungen unterwegs und eben auch Schlafparalyse und Lucid Dreaming, also luzides Träumen, Klarträumen. Und da haben wir auf jeden Fall auch sehr viel gelernt. Es war auch sehr, sehr interessant. Die hat ein wunderschönes Anwesen. Dort haben wir sehr viele schöne Bilder bekommen. Und ja, danach sind wir dann wieder heim, waren sechs Tage unterwegs, war sehr, sehr anstrengend, sehr wenig geschlafen, sehr viel gefahren. Aber das Material ist es auf jeden Fall wert gewesen. Und dann sind wir, ich glaube, zwei Wochen später auf unsere nächste Reise gegangen und sind dann erstmal in Süden Deutschlands gefahren. Da komme ich her und hatten unsere Base dort erstmal und sind dann zwei Tage später nach Norditalien in die Nähe von Florenz gefahren, nach Pistoia, ein ganz knuffiges Dorf, jetzt nicht super klein, aber auch nicht riesig, mit auf jeden Fall der typischen Toskana-Umgebung, also wirklich so im Tal, umrundet von schönen Bäumen, wirklich wunderschöne Natur drumherum, wunderschönes kleines Städtchen mit halt schöner Altstadt. Und hatten da dann unsere nächste Protagonistin, wieder eine Betroffene, die noch relativ jung ist und die auch eine interessante Geschichte hat, waren dort dann, ich glaube, auch nur drei Tage und sind dann von dort aus wieder nach Süddeutschland und sind dann direkt für zwei Tage nach Freiburg gefahren, wo wir dann unsere nächsten Experten hatten und haben dort dann am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, IGPP kurz, dann den Dr. Gerhard Mayer und den Max Fuhrmann zwei Tage begleitet und mit denen gedreht. Das sind beide, also der Dr. Mayer ist Psychologe und Soziologe und beschäftigt sich seit Jahren mit der Schlafparalyse und mit halt solchen außergewöhnlichen Erfahrungen. Und Max Fuhrmann ebenfalls, der hat mit ihm zusammen einige Studien und Paper verfasst und so Zusammenfassungen über den ganzen Wissensstand von Schlafparalyse gemacht und die haben uns sehr, 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 sehr viel Informationen gegeben. So viel, dass wir gar nicht wussten, wohin damit. Und da sehr viel Neues erfahren, das bestimmt auch sehr, sehr interessant für die Zuschauerschaft sein kann, was Schlafparalyse anbelangt, weil es wirklich ein sehr, sehr großes Thema ist. Und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, wie intensiv man sich damit befassen kann und wirklich mit kleinsten Themen auch aufhalten kann. Zum Beispiel, dass das Wort Halluzination ja auch eventuell problematisch sein kann, wenn man das benutzt im Zusammenhang mit Schlafparalyse. Weil ich kann das ja mal kurz zusammenfassen, das Wort Halluzination ja impliziert, dass es was ist, was da ist, was nicht real ist. Aber die Leute, die das erfahren, wie ja auch ich zum Beispiel, wenn man jetzt eine auditive Halluzination hat und eine visuelle, ja in dem Moment denkt, dass es da ist. Also es ist keine Halluzination, sondern in dem Moment Realität. Und Halluzination ist es dann von außen betrachtet. Und das ist dann, also ich bürste über sowas dann gerne drüber und sage, ja, es ist schon in Ordnung so. Das ist auf jeden Fall interessant, aber an solchen Kleinigkeiten kann man sich nicht aufhalten. Aber die beschäftigen sich sehr, 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 sehr tief mit dem Thema, was auch echt beeindruckend ist. Und deswegen, da kann man, glaube ich, jahrhundertelang dran forschen und sich mit den kleinsten Themen da befassen. Und das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. War das so der größte Aha-Moment quasi, als du mit den ganzen Experten, jetzt nicht nur mit denen, die du genannt hast, sondern mit allen gesprochen hast? Oder gab es da nochmal so einen anderen Aha-Moment, wo du so sagtest, hm, ich habe mich jetzt schon viel mit Schlafparalyse beschäftigt, aber aus diesem Blickwinkel oder diesen Wissensbrocken hatte ich noch nie so bewusst im Grunde im Kopf. Also, es war auf jeden Fall, ein Teil davon war der Aha-Moment, als wir in England bei der Dr. Susan Blackmore waren, kam daher, dass sie halt viel von ihrer Vergangenheit erzählt hat und von der wissenschaftlichen Lage, die halt zu dem Thema vor noch 20, 30, 40 Jahren herrschte, die halt eine ganz andere war. Und halt auch so ein bisschen die Verpöntheit der allgemeinen Medizin hin zu solchen Themen, die so ein bisschen schwer anzufassen sind. Und deswegen halten sich da viele Wissenschaftler fern von, weil man das ja immer so relativ schnell ins Esoterische driften kann und ins irgendwie Paranormale. Was es ja aber nicht sein muss, kommt darauf an, wie man sich damit beschäftigt. Und das war in so einem Aha-Moment, dass ich mir gar nicht klar war, wie schwer, also das ist auch natürlich Grund, warum es so wenig Leute immer noch jetzt gibt, aber sie hat halt gesagt, vor 30 Jahren waren das halt dann nicht 20 Leute, 30, 40, die sich weltweit damit beschäftigt haben, sondern halt drei. Und die wurden halt dann von dem wissenschaftlichen Umfeld eher schief angeguckt, ne, wenn du dich dann mit sowas beschäftigst, und warum unter, forschst du nicht an was, was so ein bisschen Hand und Fuß hat, sondern halt sowas Eigenartiges. Und das fand ich sehr faszinierend. Und dann halt, wie gesagt, in Freiburg dieses, die Detail oder die Tiefe, mit der sie sich dort beschäftigen. Also wirklich, dass da alles hinterfragt wird und aus wirklich allen möglichen Blickwinkeln betrachtet wird. Und nicht nur aus dem Medizinischen, nicht nur aus dem Historischen, nicht nur aus dem Kulturellen, nicht nur aus dem Religiösen, sondern dass es halt wirklich ein supergroßes Spektrum ist. Und das war sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Gab es dann noch weitere Reisen? Ich glaube, wir waren jetzt hängen geblieben eben bei genau diesem Wissenschaftler-Duo, bei dem Experten-Duo, die sich sehr umfangreich damit beschäftigt haben. War dann im Grunde jetzt die Reise für das Rohmaterial abgeschlossen? Nein, da ging es direkt noch weiter. Wir sind tatsächlich am Tag nach Freiburg wieder zurückgereist und waren einen Tag später beim nächsten Experten, der nicht so viel über Schlafparalyse weiß, sondern eher sich mit Albträumen beschäftigen. Zwar waren wir an der Universität in Düsseldorf und haben dort mit Professor Pietrowski, der seit, boah, ich glaube, 30, 40 Jahren im Bereich der Albtraumforschung und Traumforschung unterwegs ist, haben wir mit dem darüber gesprochen und dort sehr viel über halt allgemeinen Schlaf und den Traum und Albträume erfahren, was sehr interessant war, um halt nochmal den Unterschied dieser zwei Phänomene oder auch die Überlappungen kennenzulernen, weil das ja auch sehr interessant ist, weil viele Leute denken natürlich, sie haben Albträume oder oft wird es halt als Albträume abgetan, die Schlafparalyse, was sie natürlich nicht ist und dann nochmal zu erfahren, was genau sind Albträume, was ist der Wissensstand in dem Bereich, wo kommen die her, warum existieren Albträume. Dieses ganze Wissen dann nochmal irgendwie zu bekommen, um dann auch nochmal zu differenzieren zwischen Schlafparalyse und Albtraum und Traum allgemein war auch sehr, sehr interessant. Das war auch nochmal viel, was wir da quasi Neues gelernt haben und dann sind wir am Tag direkt nochmal nach Dortmund, wo wir hier drehen quasi und hier ist ja unsere Homebase. Von dort haben wir dann nochmal einen kleinen Nachtrag gehabt mit einem Protagonisten, den wir schon Anfang August gedreht haben. Und dann war erst mal drei Wochen Pause, das war alles Anfang Oktober und dann sind wir in den letzten zwei Oktobertagen sind wir noch nach Nürnberg gefahren, ins bayerische Land und haben da in dieser sehr schönen Stadt unsere letzte Protagonistin gedreht, die positive Schlafparalyse-Erfahrung hat, was auch ganz interessant ist, um da nochmal so ein bisschen die Reichweite dieses Phänomens zu zeigen und nicht nur, dass es negativ ist, sondern dass es auch durchaus Leute gibt, sehr wenige, aber auch welche gibt, die positive Erfahrungen und positive Assoziationen und Geschichten erzählen können, die mit Schlafparalyse zusammenhängen und das war auch sehr interessant. Ohne jetzt zu viel womöglich vorwegzunehmen, aber worauf bezieht sich dann diese positive Schlafparalyse? Also was ich mir zum Beispiel positiv vorstellen kann, ist das erneute Durchleben von positiven Erinnerungen oder womöglich, dass man nahe Personen, die man nicht wiedersehen kann, aus welchen Gründen auch immer, wieder trifft. Fällt das so in diesem Bereich oder was ist eine positive Schlafparalyse? Sonst geht es ja eher tatsächlich darum, dass irgendwelche Schattenmonster oder ähnliches oder auch Geräusche einen widerfahren, was eher verängstigend ist. Von daher finde ich schon ganz interessant, was jetzt eine positive Schlafparalyse ist. Also ich kann das ja mal ganz kurz anreißen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Da kann man sich ja auch im Internet informieren. Da gibt es genug Foren und Facebook-Gruppen, mit denen sich da auch mit dem Positiven oder dem Umwandeln ins Positive beschäftigt wird. Also schlicht und einfach das Gefühl, was ja bei der Schlafparalyse vorherrschend ist, was meistens Panik und Angst und wirklich diese Todesangst teilweise ist, die gibt es bei manchen Leuten nicht oder die schaffen es, diese umzuwandeln und haben dann schlicht und einfach positive Halluzinationen. Also positive Geräusche, positive Gefühle, ein Gefühl von Leichtigkeit im Gegensatz zu vielen anderen Gefühlen wie Schwere und so, dass man diesen Druck auf der Brust hat etc. und bei denen sind es dann einfach sowohl haptische, visuelle und akustische Halluzinationen, die halt positive Gefühle hervorrufen, anstatt negative. Und deswegen ist die Erfahrung eine ganz andere und halt eher als würde man irgendwie keinen Horrortrip haben, wenn man zum Beispiel irgendwie eine halluzinogene Droge wie LSD nimmt, sondern halt einen öffnenden Trip. Also es gibt ja irgendwie genug Stämme und eingeborene oder wie wir sagen, Naturvölker auf der Welt, die irgendwie irgendwelche pflanzlichen Stoffe nutzen, um halt irgendwie ihren Geist zu öffnen, wie zum Beispiel in Brasilien oder so, das Ayahuasca. Und diese Erfahrung können halt auch dann manche Leute mit der Schlafparalyse machen, die ja quasi mehr oder weniger ein anderer Wahrnehmungszustand ist, der nochmal so ein bisschen den Geist öffnet. Und die meisten haben das halt leider im negativen Sinne. Und wenige, wie zum Beispiel unsere Protagonistin dort, haben dann irgendwie es geschafft, diesen Zustand in was sehr Positives und Schönes tatsächlich einfach zu wandeln, was eigentlich auch sehr beeindruckend ist, was ich noch nicht geschafft habe, aber auch gerne schaffen würde. Jetzt, wie viele Protagonisten habt ihr denn jetzt in Summe interviewt, Kontakt gehabt, ihr habt ja auch teilweise Interviews über Skype geführt oder ähnliches. Wie viele einzelne Personen sind da zusammengekommen? Also wir haben per Skype, ich glaube, roundabout 30 Leute interviewt oder ich besser gesagt und da um die 30 Stunden Material gesammelt und dann für den Film nochmal elf. Also das Zentrum des Films werden auf jeden Fall die gedrehten Protagonisten sein. Wir haben rund 40 Stunden Material, wenn man jetzt A- und B-Kamera als einmal Material zählt. Also da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Material da und wir wissen im Moment noch nicht, weil der Schnitt noch nicht begonnen hat, wie sich oder ob sich überhaupt die Skype-Gespräche integrieren werden. Da sind wir uns noch nicht sicher. Das werden wir dann während des Schnitts und des Prozesses rausfinden, ob wir das brauchen und ob das Sinn macht oder ob wir uns lieber auf die Betroffenen, die wir wirklich gedreht haben, konzentrieren. Weil da haben wir, wie gesagt, auch ein sehr, sehr weites Spektrum. Genau. Und das ist, ja, sehr, sehr viel Material. Wir haben jetzt auch in den letzten Wochen quasi zur Schnittvorbereitung, die jetzt bald losgeht, Transkripte erstellt ohne Ende. Also Transkripte, falls das jemandem nichts sagt, quasi das gesprochene Wort auf Papier zu bringen und haben da jetzt rund 230 Seiten allein von unseren gedrehten Protagonisten quasi die ganzen Interviews niedergeschrieben und um uns da besser langhangeln zu können, wenn man das quasi schneidet, weil man sich ja vorstellen muss, man kann sich ja nicht immer wieder, wenn man dann irgendwie sagt, ja, ich brauche jetzt das und das, im Schnitt sich dann nochmal irgendwie durch anderthalb Stunden Interview durchklicken, sondern kann das wesentlich einfacher einfach in Schriftform sich angucken und kriegt so auch ein größeres Bild davon, und das sind jetzt so die Sachen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, so ein bisschen Planung der Dramaturgie, wie kann dieser Film aussehen und auch das ganze Technische drumherum, wo schneiden wir, wie schneiden wir, wie kriegen wir dieses Material gebändigt, weil es natürlich Unmengen sind und das jetzt eine sehr lange Zeit sein wird, in der wir uns quasi zu Hause einschließen und Tag für Tag schneiden werden. Also ich glaube, gerade für Dokumentarfilme, aber auch für, ich nenne es mal den normalen Filmen, kommt ja immer eine unfassbare Menge an Rohmaterial zusammen und man muss tatsächlich gucken, wie man, wie hast du es so schön gesagt, das Rohmaterial gebändigt bekommt. Ist das, gerade für Dokumentarfilme, das Niederschreiben von den Interviewinhalten und dann irgendwie, erst mal, ich nenne es mal theoretisch, sortieren und auch katalogisieren, inventarisieren und so etwas, eine übliche Herangehensweise oder wie sind generell so Herangehensweisen eine große Menge von Rohmaterial dann zu strukturieren und überhaupt erst mal, ja, einen Weg durch diese große Menge von Daten und Bildern zu finden? Also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Standard, dass man das Material irgendwie katalogisiert und strukturiert, weil sonst kann man da gar nicht durchblicken. Also man hat, wir haben, wie gesagt, ich glaube, um die 5 Terabyte Material. Das ist jetzt, das ist relativ, also das ist sehr viel, das sind, wie gesagt, 40 Stunden. Das ist jetzt, wenn man auf anderen Kodex einen fiktionalen Film dreht, kann man da auch nur zwei Stunden für drehen und kriegt diese Menge an Daten zusammen, hat aber dann halt weniger, wesentlich weniger Stunden. Es kommt darauf an, was man dreht und mit welcher Kamera etc. Aber das ist so viel, dass man den Überblick sehr, sehr leicht verliert. Also man muss da sehr, sehr sorgfältig sortieren, man muss auch am besten irgendwelche Listen schreiben, welcher Clip, in welchem Clip was drin ist und dann, sobald man quasi das Material im Schnittprogramm hat, geht's ans Sichten. Das macht mein Editor im Moment seit zwei Wochen. Der schaut sich dann quasi das Material an und währenddessen im Schnittprogramm wird, werden quasi, schreibt er sich dann quasi Kürzel rein, Sachen, die im Bild vorkommen, wichtige Informationen, markiert sich, markiert sich Stellen in den Interviews, die relevant sind, weil er natürlich nicht dabei war beim Dreh. Das ist ja auch genau die Idee, dass der Editor nicht dabei war, sondern halt ein frisches Auge auf das Material hat, während ich ja konstant da war und vielleicht schon so ein paar Ideen habe. Aber es dann irgendwie im Laufe des Schnitts zu Momenten kommen kann, wo ich gar nicht auf die Idee komme, was anders anzugehen, wofür dann das zweite Paar Augen natürlich super ist. Und deswegen schneidet man meistens auch Dokumentarfilm zu zweit, also dass man den Regisseur und den Editor zusammen hat, um dann die Vision des Regisseurs umzusetzen und gleichzeitig halt auch jemanden zu haben, der sich Material halt anders anguckt. Und unser Editor, der Johann, der, wie gesagt, der markiert sich dann Stellen, der schreibt konstant quasi so Keywords runter. Wenn da dann irgendwie eine Kirche gedreht wurde, dann schreibt er halt in Kirche und dann die Einstellungsgröße, solche Sachen und macht sich konstant Notizen. Und das Gleiche mache ich im Moment anhand der Transkripte nochmal, also weil unsere Interviews werden natürlich die Basis des Films sein, entweder in Form auch von Bild oder auch nur von Ton, von O-Tönen, dass man nur dann den Ton hört und andere Bilder dazu hat und strukturiere mir das, indem ich mir die alle nochmal durchlese, mir Notizen mache, mir Stellen markiere und dann so ein bisschen grob mir aufschreibe, was könnte ich mir vorstellen, was hier und dort, wie wir dieses Material unterkriegen, wie könnte man das montieren, wie könnte man das schneiden. Und dann geht es irgendwann halt wirklich dran loszulegen und zu schneiden und da haben wir auch schon eine grobe Idee für den Anfang. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist so ein bisschen ausprobieren, weil man ja so viele Möglichkeiten hat. Man hat unendliche Möglichkeiten, das Material zu sortieren und zu montieren und kann nahezu alles erzählen, je nachdem, wie man es zusammenschneidet. Und da den Weg zu finden, den wir wollen, das ist schlicht und einfach durch Probieren, was macht, wie funktioniert es dann, wenn man den O-Ton an den anderen O-Tonen dran macht und was passt dann hin. Also es ist so ein bisschen Lustprinzip, einfach zu gucken, was passiert und man merkt dann schon, wenn man angefangen hat, sowas bei meinen alten Projekten zuvor auch, wenn man losgelegt hat und das geschnitten hat, ah, jetzt würde sowas passen. Und dann sucht man und weiß im Idealfall, weil man alles strukturiert hat, schon wo man das finden kann und pickt sich das dann raus und schneidet es dahinter und guckt, ob es funktioniert. Und so geht es dann quasi Step by Step. Wie lange dauert im Üblichen, beziehungsweise auch gerne dann konkret auf euch, jetzt diese Phase dieser Vorbereitung, dass ein Editor sichtet und Keywords macht, dass du da nochmal diese gesamten Transkripte reinprügelst und wann kommt da dann so der Moment, dass ihr in den konkreten Schnitt hineingeht. Klar, ich kann mir vorstellen, zwischendurch wird man vielleicht hier oder da auch mal schon mal so ein bisschen was testen oder mal so kurze Sequenzen vielleicht zusammenbasteln, aber wann laut Plan oder auch vielleicht so generellen für so einen Dokumentarfilm geht es dann wirklich en bloc in den Schnittraum hinein? Also in der, ich sag mal, Industrie im Normalen wird natürlich der Editor bezahlt, was bei uns ja bei Studentenfilmen eigentlich nie der Fall ist. Wir lernen das noch und bezahlen eher dafür, unsere Filme machen zu können. Deswegen ist es leider bei uns so, dass wir uns nicht sechs Tage, fünf Tage die Woche darauf konzentrieren können, weil wir andere Vorlesungen haben oder noch einen Nebenjob und sich das jetzt gerade leider ein bisschen stretcht mit dem Sichten, weil es halt wie gesagt 40 Stunden Material muss man sich halt auch mal angucken. Das, da schafft man vielleicht, wenn überhaupt, drei Stunden pro Tag, wenn man die ganze Zeit sich noch Sachen anguckt, notiert und so und dieses Katalogisieren vornimmt und wir legen vermutlich in zwei bis drei Wochen los. Dieser ganze Prozess bis quasi Schnittende und Transkripte machen hat drei Wochen gebraucht, also nicht Schnittende, Entschuldigung, Drehende. Ich habe auch schon angefangen, die Transkripte zu machen, bevor wir nach Nürnberg zur letzten Protagonistin sind und um mir die Zeit halt sinnvoll einzuteilen. Und es kommt drauf an, also je nachdem, wo man was dreht. Ich weiß von einigen meiner Dozenten, dass es auch so ist, dass man teilweise auch super wenig Zeit für einen Schnitt hat, wenn man für einen Sender was macht. Dann kann es auch sein, dass man 20 Stunden Material hat und das innerhalb von 15 Tagen schneiden muss, was sehr, sehr wenig ist, wenn man nur acht Stunden am Tag schneidet oder zehn. Das ist also sehr, sehr wenig Zeit für 60 Minuten Material, also 60 Minuten Film, der dann dabei rauskommen soll. Bei uns wird das ein wesentlich, wesentlich längerer Zeitraum sein, da wir uns sehr viel ausprobieren müssen und auch nicht, wie gesagt, fünf Tage die Woche schneiden können, sondern wahrscheinlich nur vier und einen Teil davon werde auch ich dann alleine machen. Da gibt es keinen richtigen Standard. Also das kommt drauf an, ob man es jetzt für einen Sender macht, ob man es für eine Produktion macht, für eine Kinoproduktion. Da gibt es natürlich dann auch immer Pläne, wann muss der Rohschnitt stehen. Bei uns in der Uni gibt es intern Pläne, je nachdem, ob man mit den Sounddesignern zusammenarbeitet und die eine Deadline haben. Dann gibt es verschiedenste Zeitpunkte, wo es dann heißt, bis zu dem Zeitpunkt muss der Rohschnitt fertig sein, bis zu dem Zeitpunkt muss der Feinschnitt fertig sein und dann geht es quasi in Picture-Lock. Das heißt, es wird nichts mehr geschnitten. Der Film ist quasi final aus dem Schnitt raus und dann werden alle anderen weitere Postproduktionsschritte angegangen, wie Sounddesign, Musik, Colorgrading, VFX etc. Gut, okay. Da habt ihr also noch eine ganz schöne Menge vor euch. Auf jeden Fall. Das wird noch ein Weit hin dauern. Also ich habe so grob angeplant, dass wir im Februar einen Rohschnitt haben und im April einen Feinschnitt. Das ist mein Plan, genau. Mit vier Tagen Schnitt pro Woche. Krass. Ja, sind wir mal ganz gespannt, was da noch so kommt. Und ich drücke euch natürlich die Daumen, dass das auch so klappt, wie du dir das vorstellst. Und ich bin schon echt gespannt, was das nächste Mal bei rumkommt. Vermutlich dann irgendwie frisch aus dem Schnittraum oder so etwas, wenn sie da grob schnittet oder so was fertig ist. Und was dann auch so tatsächlich noch so weit an weiteren Insights aus einer Dokumentarfilmproduktion herumkommt. Bis hierhin erstmal vielen Dank dir, Vincent. Gernisch schön. Vielen Dank an euch. Wie immer. So, Andi, möchtest du mich so auch noch was in die Runde werfen? Ja, ich habe auf Anfrage von Phil eine Serie geguckt, beziehungsweise ich bin noch, ja, mittendrin würde ich nicht sagen, ich habe sechs von acht Folgen von Killing Mike geguckt. Die Serie gibt es in der Mediathek vom ZDF, ist nämlich eine Serie, die auf ZDF Neo gelaufen ist oder läuft. Und Problem ist, wenn man sich die in der Mediathek angucken will, dann sagt er immer, nein, 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 es ist noch nicht 22 Uhr, du musst hier erstmal dich mit deinem Ausweis authentifizieren und uns zeigen, dass du kein Kind bist. Kann man ja machen, aber bei der Serie, die hat ein Gewaltpotenzial von so einem mittelmäßigen Tatort, kann ich da dann nicht ganz nachvollziehen, aber ich kann die Serie sehr empfehlen. Wie gesagt, eine dänische Serie handelt davon, dass in einem kleinen dänischen Dorf ein Mitte 20-jähriger junger Mann das ganze Dorf maltritiert. Also er hat sie alle in seiner Hand, ist gerne auch mal ein bisschen gewalttätig, droht den Leuten, macht ihn nur Probleme, indem er irgendwelche Sachen behauptet, die dann vielleicht ja gar nicht richtig sind. Beispielsweise, dass Nachbar pädophil ist, schreibt da einfach mal ganz groß Pädo an die Hauswand und ist sich dann quasi gar nicht dessen bewusst, was das für Auswirkungen für die Personen hat. Ja, und einige von den Leuten sind von ihm so genervt, dass sie dann irgendwann den Plan fassen, ey, wir müssen den umbringen. Und das, was ich gut an der Serie finde, ist, dass es wirklich echt stinknormale Leute sind. Das eine ist ein Arzt, das andere ist ein Arbeiter von einer Geflügelfarm, dann noch ein Mann mit Migrationshintergrund und eine Frau, die in einer Kneipe arbeitet oder in so einem kleinen Laden. Also wirklich ganz stinknormale Leute, die den Plan fassen, wir müssen ihn umbringen, wir müssen gucken, wie werden wir den los, weil er auf unser Dorf und auf unsere Gemeinschaft und auf unser aller Leben einen so schlimmen Einfluss hat und uns so malträtiert, das kann nicht gut sein. Und ich muss sagen, ich bin von der Serie echt ziemlich begeistert, weil sie tatsächlich mit sehr wenigen Charakteren auskommt. Also es sind wirklich quasi, wenn es ein Dutzend Leute sind, ist es wahrscheinlich schon viel und die aber auch wirklich sehr gut getroffen sind und sehr umsorgt werden von der Kamera, sage ich mal. Also man kann sehr die Untiefen der verschiedenen Leute sehen, man sieht ihre Lebensumstände, ihre Motivation, warum sie etwas machen, warum sie vor etwas vielleicht zurückscheuen. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, nach drei Viertel der Serie, dass da eigentlich gar nichts mehr schief gehen kann. Also ich bin der Meinung, dass ich da von den nächsten beiden Folgen auch nicht enttäuscht werde. Wenn es anders wäre, hätte ich wahrscheinlich noch nicht über die Serie gesprochen, aber die hat für mich so einen authentischen Look and Feel und alles, was da so passiert, ist nachvollziehbar. Es bauen sich dann zwar auch, gerade weil es so wenige Leute sind, natürlich auch konzentriert, sehr viele Konstellationen auf und irgendwie Handlungen, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber eigentlich denke ich immer, nee, das ist eigentlich nur die Konsequenz aus dem, was man kurz vorher gesehen hat. Also es wirkt authentisch und man könnte sich tatsächlich vorstellen, dass es so ein Dorf gibt, in dem Leute zu sowas dann auch fähig sind. Sehr, sehr gut gemacht. Kann ich übelst empfehlen. Mir ist die Ausrichtung nicht ganz klar. Also ich verstehe noch nicht so ganz, ist das jetzt so ein Psycho-Ding, so a la welche, also wir haben vor kurzem doch mal auch über einen Film gesprochen, wo auch so ein Mensch in Social Media Leute immer wieder diskreditiert und Fake News rausstellt. The Hater. The Hater, ganz genau, was ihm dann außer Kontrolle gerät. Ist das irgendwie so etwas oder geht das dann eher, dass im Grunde dieses Haten und Fake News nur ein Aufhänger ist, um irgendwie so ein Beziehungsgeflecht zu machen? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Ja, es geht, man könnte fast sagen, es geht so ein bisschen in die Richtung von The Hater. Okay. Im Sinne von, dass diese böse Person, der Mike, ich weiß nicht, der hat irgendwas. Der sieht eigentlich irgendwie attraktiv aus. Du weißt aber, er ist ein Bösewicht. Er ist der Böse, der hier wirklich alle total nervt. Und du weißt immer nicht, wie irgendeine Szene weitergeht. Also eine Sache ist auch die, der Mann mit dem Geflügelhof, der hat einen Sohn und der hängt immer mit Mike zusammen. Und er weiß natürlich, Mike hat auf meinen Sohn einen sehr schlechten Einfluss und mein Sohn war deswegen sogar schon in psychischer Behandlung und jetzt trifft er den wieder und es zieht ihn gleich wieder runter. Das will ich nicht, deswegen muss ich jetzt was gegen Mike machen. Ich kann mich nicht normal durchsetzen, eine Anzeige bringt nichts, da müssen jetzt andere Mittel her. Und auch so, wenn du dann den Sohn mit Mike zusammen siehst, du weißt immer nicht, der hat Macht, also der andere ist hörig ihm quasi. Er hängt mit ihm zusammen, will das eigentlich nicht, aber er weiß, wenn er jetzt sagt, du, ich habe keinen Bock mehr auf dich, dann passiert ihm irgendein ganz böses Übel. Und das lässt Mike auch immer ziemlich durchscheinen, dass er wirklich diese Machtposition hat. Und du weißt die ganze Zeit immer nicht, egal mit wem Mike aneinander gerät, explodiert er gleich oder hält er sich jetzt gerade noch so unter Kontrolle. Und das finde ich, der hat echt eine super Ausstrahlung, der Typ. Und der spielt die Rolle echt richtig gut. Also da liegt immer irgendwie was Elektrisches in der Luft und du weißt immer nicht, oh, wie geht es jetzt weiter? Alter, 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 uah, uah, gerade noch mal gut gegangen. Oder eben auch nicht. Mega. Und das ist echt sehr, sehr gut. Hört sich echt extrem interessant an. Und ich mag es eben auch, weil es so aus Dänemark ist, weil so dänische Sachen, die haben noch mal so, ja ihren speziellen Look, sage ich mal. Die wirken halt auch wirklich sehr authentisch. Ich sag mal hier, Dogma-Film. Die wirken halt dadurch, dass du denkst, ja, das ist jetzt hier alles, könnte tatsächlich eine Doku sein, mehr oder weniger. Und es wirkt alles nicht gespielt, sondern es wirkt alles wirklich sehr real, greifbar und nicht daher konstruiert, sondern auch wenn es natürlich dann viele Verwebungen gibt und Verstrickungen und das eine führt zum anderen, es ist nie so, dass du denkst, ey, da haben sie sich jetzt aber was zusammengesponnen. Und es kommt dazu, dass die eine oder andere Person vielleicht ja auch noch mal ein Geheimnis offenbart, dass man ihr am Anfang nicht zugetraut hätte. Und da bin ich immer noch dran und will von ein, zwei Leuten noch so ihre Geheimnisse wissen und also ich gucke die Serie morgen auf alle Fälle zu Ende. Das pressiert momentan. Little Fires Everywhere meets The Hater. Ja, so ungefähr. In die Richtung könnte man es ungefähr beschreiben. Sehr gut. Das hört sich sehr gut an. Ich habe gerade schon nachgeschaut. Vor allem diese... 55 Minuten pro Episode. Nicht so ganz wegsnacken, aber okay. Genau. Es ist, man würde vielleicht denken, ja, wenn das so stinknormale sind, die einen Mordplan, dass das so ein bisschen in die Comedy-Richtung geht. Absolut nicht. Aber es ist natürlich klar, wenn diese vier Leute sich dann treffen, dann treffen sie sich bei Kaffee und Kuchen und überlegen, wie sie den denn jetzt umbringen können. Weil es einfach so ist. Man trifft sich und dann hat man da halt ein Stück Kuchen und willst du noch einen Kaffee? Aber nie so, dass es irgendwie lächerlich ist, sondern es wirkt echt authentisch. Sehr spannend. Manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch. Also kann ich übelst empfehlen. Ja. Wobei die ja auch nur eine 6,8 auf ihrem dB hat. Aber auch wenig Bewertung. Vielleicht, vielleicht ist das nicht so aussagekräftig. Wo gibt es die, sagst du? Also wie gesagt, ZDF-Mediathek. Die gibt es in der ZDF-Mediathek und es gibt ja auch so Mediatheken-Downloader, mit denen man da auch rankommt. Also ich habe sie mir selber runtergeladen, gucke sie jetzt immer über Kodi auf meinem Fire-TV-Stick. Also da ist man nicht an die 22-Uhr-Gänze dann gebunden, sondern kann gucken, wenn man lustig ist. Kleiner Tipp am Rande. Interessant. Ja. 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 Aber tatsächlich, was mich ganz kurz jetzt, auch das Verifikation, man soll da seinen Ausweis angeben? Also war das nur so dahingesagt? Ja, du musst deine, ne, du musst glaube ich sogar deine Personalausweis-Nummer dann angeben. Ach. Ich habe das nicht gemacht, mir war das dann zu doof. Ich habe dann gesagt, komm, eher so ungefähr, stelle ich mir das vor. Wahrscheinlich machen die dann eine Prüfziffer und gucken, eine Prüfziffer und gucken, ob das dann eine valide Ausweis-Nummer ist. Aber das war mir dann zu doof. Da dachte ich mir, oh nee, komm, dann geh mal lieber schnell einen Rechner, leite die runter, pack sie auf dem Netzlaufwerk und guck sie dir dann auf dem Stick an. Dann schmeiß einmal Mediathek-View an und gib ihm. Genau. Genau. Ja. Okay. Hm. Ja, ich habe eine lange Watchlist. Kommt bei Free wieder auf die Tushin-Liste. Ja, das ist das Problem an der Sache. Ja. Aber, aber vielleicht, also The Hater mocht dich, Little Fires Everywhere mocht dich, dieses unklare Wann explodiert hier die Situation? Explodiert sie überhaupt? Und auch diese, diese subtilen Machtspiele, das sind solche Themen, die mich durchaus interessieren und mich, ja, so blödsinnend unterhalten. Und von daher, vielleicht ziehe ich das ein Stück weit vor auf meiner Watchlist. Hm. Und wie ich immer gerne sage, ne, es ist gut wegsnackable. Ich sage mal, acht Folgen zu je knapp einer Stunde. Das schafft man mal an einem schlechten Sonntag, wenn es regnet. An einem Tag sogar. Ja, okay. Sicher. Kriegt man hin. Na komm, acht Stunden. Ja, okay. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Da passt aber noch mal ein Toilettengang kurz mit rein und was essen. Ja, okay. Gut, hörst du. Das sollte tatsächlich möglich sein. Micha, alte Socke, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja hier Kultklassiker, also ich gerade auf unserer Liste noch gesehen, nachgeholt, beziehungsweise wieder auferlebte Kultklassiker. Ich habe, genau, nee, beziehungsweise, nee, also ganz so, ganz so ist es gar nicht. Ich habe ja vor ein paar Monaten oder Wochen oder vor ein paar Sendungen Jahren, ja, genau, schon mal darüber gesprochen, dass ich mir Bill und Ted reingezogen habe. Ein Klassiker gewissermaßen aus den 80ern mit Keanu Reeves und Alex Winter, die beide Bill und Ted spielen, zwei kalifornische Vollspacken-Dudes, die eigentlich nur Bock haben auf Gitarre spielen und eigentlich sonst halt rot hohl sind und für eine Geschichtsarbeit, also im Fach Geschichte, in so einer Telefonzelle durch die Zeit reisen und berühmte Persönlichkeiten einsammeln. Volle Kanahoshis. Ja, genau, 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 die Nummer. Ja, war ganz nett, war irgendwie Dings und irgendwie ist der aber in mir gereift, der Film. Irgendwann fand ich ihn so, dachte ich mir so, ja, nee, ich verstehe, ich verstehe den Kult so dahinter. Also es ist beknackt und es ist dumm, aber irgendwie liegt auch eine gewisse Charmanz in dieser Dummheit und was schön ist eben, ist, dass der Film so unzynisch ist, also dass er eigentlich so authentischen Frohsinn einfach auch zelebriert. So, und dann kam jetzt aber dieses Jahr der dritte Teil raus, nachdem es in den 90ern noch einen zweiten Teil gegeben hat und dieses Jahr gab es jetzt halt den dritten Teil, Bill & Ted Face the Music, wo Keanu Reeves und Alex Winter genauso wie die meisten anderen Leute in dem Cast von damals ihre Rollen wieder einnehmen und ja, die Geschichte von Bill & Ted weitererzählen, die schon im ersten Teil vorbereitet ist oder die Auslöser des ersten Teils ist. Nee, 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 ist sie gar nicht. Die Geschichte ist nämlich, dass die ja diesen Song schreiben, der die Welt vereinen wird. Ja, das ist so der, deswegen kriegen die ja diese Zeitmaschine aus den Menschen, von den Menschen aus der Zukunft, die in dieser Utopie leben, weil Bill & Ted ja die Auserwählten sind, die irgendwann den menschheitsvereinenden Song schreiben und diese Story ist nicht auserzählt und also im ersten Teil nicht, im zweiten Teil nicht. Und in dem Teil geht es jetzt quasi darum, dass Bill & Ted, insbesondere Bill, glaube ich, so Zweifel daran bekommen, ja, du, ist das, also wir stokeln hier irgendwie seit 30 Jahren rum, haben nichts auf die Beine gestellt, haben den menschheitsvereinenden Song immer noch nicht geschrieben, vielleicht ist es langsam mal an der Zeit auch aufzuhören und sich auf, also aufhören, sich was vorzumachen und ja, irgendwie auf eine auf eine geregelte Bahn zu kommen. Und ich will jetzt gar nicht viel Story erzählen, das ist doch affig, bei so einem Film da irgendwie die Handlung da groß auszubreiten. Ich wollte den noch gucken, weil, wie gesagt, der erste Film ist irgendwie in mir gereift, den zweiten habe ich jetzt ausgelassen, bin jetzt direkt in den dritten gegangen und ich fand den ganz süß, ich fand den ganz nett, weil viele, viele Leute haben dem halt so gute Kritiken gegeben und ich kann das verstehen, weil, wenn man jetzt mal nicht mit so einem Anspruch rangeht, wie jetzt irgendwie, das muss jetzt wie DC oder irgendwas sein, das muss jetzt alles düster sein und krass und für Erwachsene, sondern wenn man einfach mal sagt, nee, es gibt diese Brand, das ist Bill & Ted, und bestimmte Attribute dieser Brand sind einfach Frohsinn, nicht zynisch sein, es muss nichts Sinn machen, es ist einfach nur Spaß und vor allem haben die Darsteller am meisten Spaß. So, das sind so die Attribute, die diesem Franchise anhaften und dieser Film hat einfach alles richtig. Der ist einfach eine legitime, plausible, gutsinnige Fortsetzung von diesem Bill & Ted Franchise und erzählt die Story eigentlich recht schön weiter. Es gibt da noch zwei Töchter von Bill & Ted, also die haben Bill & Ted nicht gemeinsam, sondern mit ihren jeweiligen Frauen. Er wäre ja anzunehmen, so sehr wie die miteinander rumbromancen. Nee, aber die haben jeweilige Frauen, weil die ja im ersten Teil diese Prinzessinnen aus dem England des Mittelalters mitnehmen und das sind dann die Frauen von denen. und das ist auch eine witzige Storyline und so. Ja, kann man gucken, ist okay. Wie sehr lebt er denn vom Nostalgie-Faktor? Ein bisschen. Wie sehr findet man den Film gut, weil er ja so kultig ist? Ja, also das relativ viel. Also was er vermeidet zu machen, ist nicht auf Nostalgie, auf die Nostalgie-Tube zu drücken, im Sinne von, guck mal, das ist so 80er, sondern es ist ein moderner Film. Also es ist ein Film, der lebt im Hier und Jetzt, der hat hier und jetzige Effekte und so, aber, und dem muss man sich natürlich auch gewahr sein, wenn das jetzt ein Film wäre, der nicht in diesem Franchise stattfindet, sondern einfach ein Standalone, Bill & Ted, Keanu Reeves und Alex Winter in so einer Rolle, die Leute würden den zerreißen, die würden sich denken, what the fuck, was soll das? Was soll das? Aber er ist halt nun mal in diesem Franchise behaftet und dadurch legitim in der Art, wie er gemacht ist. Was nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass Keanu Reeves, man sich die ganze Zeit in diesem Film fragt, was zum Geier? Was ist das? Wie, also wie, wie der spielt? Also weil, er spielt quasi seinen Charakter aus dem ersten Teil, wo er, und ich habe auch das Gefühl, Keanu Reeves hat sich als Schauspieler auch gar nicht groß weiterentwickelt, um ehrlich zu sein, sondern er ist immer noch dieser, yeah, dude. So, und du denkst dir so, okay. Und, und jetzt ist er halt, weiß nicht, Mitte 50 oder wie alt ist Keanu Reeves jetzt und spielt das mit dieser selben Attitüde, aber erstens ist er halt älter vom Erscheinungsbild und auch seine Stimme ist halt auch nicht mehr die von einem Anfang 20-Jährigen, sondern halt wie von so einem 50-Jährigen und es ist die ganze Zeit so ein bisschen cringe, aber er bricht halt niemals den Charakter, sondern er zieht es einfach durch und schämt sich auch nicht. Also man merkt auch in diesem Film, dass sich Keanu Reeves und Alex Winter total geil finden, wie die das machen. Zum Zusehen ist es echt ein bisschen unangenehm und man fragt sich halt, wie gesagt, die ganze Zeit, was soll die Scheiße? Aber es ist okay. Die lehnen sich halt voll rein und dann denkst du dir so, ja, mein Gott, es ist halt beknackt. Und Keanu Reeves, vor allem nachdem man den halt so in so Filmen wie John Wick gesehen hat, denkst du dir so, was tust du hier? Was soll das? Also es macht gar keinen Sinn, so eine Rolle von vor 30 Jahren nochmal so einzunehmen und auch nicht weiterentwickelt zu haben, sondern dieselbe Rolle einfach nochmal zu spielen. Aber es ist okay. Man sieht es dem Film nach, es ist die Rolle, es ist das Franchise, passt. Okay. Ja, also kann man gucken, wenn ihr Bill & Ted-Fan seid, wenn ihr doch nie was von Bill & Ted gesehen habt, könnt ihr es bleiben lassen. Eine Sache, die ich mega cool fand, war der Soundmix. Tatsächlich. Und zwar habe ich den geliehen, glaube ich, bei Amazon oder iTunes und so. Und es war seit langem mal wieder, wo ich so einen Live-Film hatte, wo ich echt das Gefühl hatte, der klingt wie von einer Blu-Ray. Also die Abmischung war irgendwie, es hat so geballert, wo ich dachte, echt? Also für so einen Film, echt nicht übel. Ja. Das noch so als kleines Zusatzfazit. Und dann habe ich noch einen anderen Film, das krasse Gegenteil von Bill & Ted, ist neulich bei Netflix gestartet. Ein österreichischer Film, wenn ich mich nicht täusche, mit Lavinia Wilson und Elias Mbarek in der Hauptrolle. Uff, du schaust einen Mbarek-Film. Uiuiui. Ja, 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 genau, genau, genau. Weil, weil das nämlich mitunter das erste Mal ist, dass Elias Mbarek so eine ernstere Rolle auch mal einnimmt und nicht irgendwie Fuck you Goethe macht, sondern tatsächlich mal eine ernste Rolle spielt. Also kann sein, dass er davor schon mal eine ernste Rolle gespielt hat. Hat er doch schon mal hier dieser, der Fall, keine Ahnung, wie hieß er denn? Colini. Der Fall Colini oder so, ne? Genau, ja, stimmt, ja. Oder Colani. Nee, Colini, glaube ich. Nee. Colini? Colini. Castrati. Okay. Ja, also kann sein, dass er schon mal eine ernste Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall handelt der Film vor so einem Paar eben, gespielt von den beiden, die wahnsinnig gern Kinder haben wollen. Also der Kinderwohnung sehr stark ausgeprägt ist und es klappt nicht so richtig und die beschließen dann oder auf Anraten der Ärztin und so, beschließen die halt, einfach mal sich eine Auszeit zu gehören, einfach mal nochmal einen Schritt zurück zu treten, ein bisschen zu entspannen, Urlaub zu machen und einfach nochmal sozusagen den Lebensentwurf auf Kette kriegen und zu schauen, okay, muss es das jetzt sein oder gibt es für uns irgendwie was anderes? Und das Ganze ist ein relativ schweres Beziehungsdrama eigentlich. Und ich fand ihn nicht schlecht, so. Ich bin da weder noch, also er ist nicht schlecht, also auf jeden Fall, das auf keinen Fall. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das müsst ihr gesehen haben, so. Aber es ist ein handwerklich sehr solider Film, eigentlich. Ich hatte nur einen, wie soll ich sagen, Knackpunkt dabei oder so eine Sache, die ich mich irgendwann gefragt habe. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum trennt ihr euch nicht einfach? ja, oder beziehungsweise anders gesagt, ich habe fest damit gerechnet, dass sie sich trennen, irgendwann. Und das war für mich so ein bisschen also nicht nachvollziehbar, weil du relativ schnell in dem Film merkst, okay, das hat gar keine Chemie, zwischen denen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum seid ihr denn noch zusammen, wenn ihr eigentlich nicht so richtig Bock habt, gerade aufeinander. Und also ja, ich habe es irgendwie nicht gespürt. Also inkonsistent sozusagen. Okay. Ja, nicht inkonsistent. Nee, inkonsistent nicht. Nur es war halt wieder meine Erwartung eigentlich. Was ja eher was Positives ist. Nicht unbedingt. Aber dann fiebert man ja wahrscheinlich auch nicht so wirklich mit. Ja, weil ich so dachte, boah, jetzt trennt euch einfach. Meiner Meinung nach solltet ihr euch längst trennen. Also jetzt wünsche ich euch nicht gerade auch noch, dass ihr ein Kind kriegt. Ja gut, okay. Das ist ja genau so wie, ja nee, so wie Jan dir das sagt. Weißt du, wenn du so ein Pärchen zum Beispiel kennst und du verbringst halt Zeit mit denen, aber eigentlich denkst du insgeheim, boah, trennt euch doch einfach. Dann hast du auch keine gute Zeit. Das stimmt, ja. Ja, okay. Okay, so. Unter dem Aspekt verstehe ich das. Ja, genau. Aber der ist in Ordnung. Also wenn ihr Elias Mbarek, also vor allem Lavinia Wilson hat mir auch echt gut gefallen in dem Film. Mochte ich auch. Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt mal auf so ein österreichisches Drama und mit eben mal ernst, mit einem ernsten Elias Mbarek und einer ernsten Lavinia Wilson, dann guckt euch den mal an. Der ist in Ordnung. Okay. Hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich glaube, da wurde mir sogar irgendwie mal in meine Empfehlung reingeschaffelt da, aber da habe ich drüber hinweg geguckt, weil tatsächlich das für mich eher so nach einem Midrange-Ding aussah und das ist dann doch am Ende, dafür ist meine Watchlist dann doch zu lang. Du, ja, also ich glaube auch nicht, also jetzt Thema hin oder her, weiß ich auch nicht, ob du da so die Target-Audience unbedingt bist. Genau, Phil, never take second best. Ja, so. Genau. Okay, ich verstehe. Mach mich ruhig fertig. Ja. Lieber Emily in Paris. Nee, ist doch so. Ja. Das war ernst gemeint. Ja, nee. Wenn du so viel mehr hast, was eher pressiert. Ja, und vor allem, genau, also Phil's Watchlist, ne, also ... Legendär, sag ich nur. Da sind einige Dinge drauf. Ja, eben, da sind einige Dinge drauf, die du wahrscheinlich vorziehen solltest. Legendär. Ja, vor kurzem ist mir in meiner Twitter-Blase jemand gewesen, der alle, ich glaube, alle jetzt die Corona-Krise genutzt hat, seit Anfang des Jahres, dass er alle besten Filme der Oscar-Verleihung sich angeschaut hat. Und das ist auch so ein Achievement, wo ich sage, hey, das ist, also, das kann nicht falsch sein, sich alle besten Filme der Oscar-Existenz sozusagen anzuschauen. Da sind bestimmt auch viele Filme dazwischen, die man auch heute gar nicht mehr auf dem Schirm hat, die aber eben einen gewissen Mehrwert haben. Zumindest waren sie dann ja ganz offensichtlich in dem entsprechenden Film ja ausreichend wertig, um als bester Film durchzugehen. Also, das sind ja auch nochmal so Ansätze. Das mag ich ja, wenn ich da irgendwie so solche Listen füllen kann oder auch so die Top-100-IM-DB-Filme einfach mal füllen oder so etwas. Das sind ja dann noch diese Meta-Dinger, die ja oben auf diese konkrete Watchlist nochmal oben drauf kommen. Also, ja, ich habe eine Menge zu gucken, wie wir alle. Filme gibt es nie genug. Hast du Mother gesehen? Mother, ja. Ja, okay, gut. Ach so, ja. Verstanden auch. Nein. Nein, also, ich, 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 ich habe. Noch mal gucken, so lange geguckt, bis du es verstanden hast. Echt, ey. Nein, 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 nein. Also, ich, ich, ich habe die, die, ähm, so eindeutige Message da jetzt so unmittelbar nicht drinnen gesehen, was aber auch daran lag, dass ich nicht mit einem großen, also, ich, 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 ich schaue, ich, ich sehe Filme selten so, dass ich dann im ersten Wurf irgendwo die sofort Interpretation drinnen sehe, sondern ich schaue Filme häufig einfach so, dass ich sie nach einem roten Faden einfach so gucke und dann danach feststelle, huch, dieser Film hat keinen roten Faden. Und offensichtlich will der mir was erzählen und dann fange ich erst im Nachhinein an oder will er mir was zeigen. Das ist keine, keine gute Herangehensweise. Ich weiß, so, und das sorgt dann dafür, dass alle, oh, Mother, oh, mindblowing, ja, also, ich verstehe, aber ich müsste noch mal gucken, um jetzt mich darauf vorzubereiten, dass da kein, 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 keine klassische Narration folgt. Ist nicht der klügste Ansatz, ich gebe es zu. Ja, ja. Aber ich lasse mich dann, naja, so, ich fange nicht an zu interpretieren, ich lasse mich in die Filmwelt reinziehen, so. Ja, macht mich, ja, lasst es, lasst es am besten unkommentiert in den Raum stehen, dass das Beste, was wir machen können. Ich lasse es einfach so stehen. Genau, ganz gut. Ja, ja. Kommen wir damit, kommen wir damit lieber zum Abschluss der Sendung, bevor ich mich noch viel, viel, viel weiter irgendwie verquatsche und dann auch noch irgendwelche offenen Flanken offenbare. Äh, machen wir es kurz und kernig, wir sind so spontan in die Sendung eingestiegen, da machen wir auch, gehen wir auch spontan und hart raus. Vielen, vielen Dank für die ganzen Unterstützer bei Patreon und Steady, dass ihr alle da seid und euch, und uns fleißig unterstützt und damit namentlich danke an Fabian, Matthäus, an Leutnant Ferrante, der alte B-Kante, das ist mein Merkspruch, an Andreas, an Atombomb, an Martin B., an Steffelowski, an Salten of Swing, Mirko ist noch mit dazwischen, Kyle-Bahn, auch das ist der weitere Merkspruch, den Micha mir erfunden hat. Vielen Dank an Martin, an Käpt'n, an Christoph, an Kriesel, an Bernhard, Gattaka, an Lena und auch an Gringo. Vielleicht müssen wir das irgendwann demnächst ... Irgendwann kann ich die im Schlaf auswendig sagen. Ja, aber was vielleicht nicht jedem auffällt, oder vielleicht doch, sie ist jedes Mal in einer anderen Reihenfolge. Näh. Es sind immer mehr Leute drauf. Das kommt ... Näh, aber tatsächlich, sie ist nie in der gleichen Reihenfolge. Und mit dieser ... Profil, du machst nie Marketing, ne? Du wirst nie Marketing machen. Nee, manchmal sind auch gleich viele drauf. Oh. Es wird immer mehr. Es werden immer weißer als weiß. Immer. Hör schneller weiter. Mann. Hör schneller weiter, wirklich. Nee, jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Du weißt, wie man Leute motiviert. Ja. Echt. Nein, wir brauchen immer mehr auf der Liste. Und wenn es stagniert oder auf der gleichen Stelle ist, ist es nicht gut. Nein, wir brauchen gar nichts. Genau, wir ficken auf euch. Aber die Liste wird einfach immer länger. Ja, wir wollen das gerne. So ist es. Wir können uns nicht retten. Ja. Ja. So. Spende trotzdem. Wir finden das toll. Ich bin so durch. Ich habe gerade schon gedacht, oh, Phil macht die Abmoderation, da kann ich ja schon mal den Rechner runterfahren. Wir sollten echt langsam aufhören. Was wirfst du, was wirfst du, was wirfst du, was wirfst du, Phil jetzt auch noch so ein Knochen hin, wo er sich für seine Marketing-Failure rechtfertigen muss? Ja, er muss das auch mal lernen. Genau. Wirklich. Stimmt. Der Junge muss das auch mal lernen. Ganz genau. Nee, auf jeden Fall, ihr Leute, ihr seid die geilsten und es werden immer mehr und ihr seid immer in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Alles geil, alles cool. Und ihr seid die geilsten Hörer, wenn ihr diese gesamten Zusammenfassungen einfach jetzt aus den letzten Sendungen zusammenschneidet, um den Beweis anzutreten, dass es jedes Mal anders ist. Und wenn ihr es lasst, dann spendet ihr halt. Selbst ich bin skeptisch. Ja, ja. Beweis für mich ja das nicht. Das ist ein schönes Intro draus. Ja. Mädels, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ja. Tschüssing. Macht's gut. Tschö. Dieser Titel stammt von der Erfurter Band From Us. Aktuelle Titel von der Kombo, die heute Kopfhoch heißt, gibt es unter kopfhoch.bandcamp.com.